Hallo Olo-Poto, hallo Philipp. Wo ist Cap Pikachu? Cap Pikachu. Ultra Sun. Warte, geht der Spiegel. Ja, ich sag mir nur, wo das ist, auf welcher Insel. Pikachu in der Cap. Nein. Pokewiki, Pikachu, Trailer Park oder so. Pikachu Valley. Da ist das. Okay. Wo? Da irgendwo. Hier. Pikachu Tal. Wo kommt man das World Pikachu her? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welches es ist. Ich gebe ein, World Pikachu Event. Google. Dann steht da, woher es ist. Muss ich hier rechts? Ja. So, und wie mache ich dann QR-Code? Mal gucken, mal gucken. Shit ist hier. Pikachu Partner Cap. Schau, allein auf der Seite hier steht es, weil ich sowieso gerade da bin. Hallo Happens, hallo Benny. Hier, das ist World Pikachu, oder? Japanese, American, Taiwanese. Was und welchen soll ich jetzt nehmen? QR-Code. Japanese, American, ach und PAL. Okay, also es ist der da. Okay, ich habe den Code bereit zum Scannen. Oh, ich habe die hier ja nicht bekämpft. Oh Gott. Auf der deutschen Seite stand das nicht so ausführlich. Ich glaube, die, die ich... Achso, die ich dir gerade gegeben habe, ist nicht deutsch. Stimmt. Hä? Gott, sind die verpixelt, diese Pikachus. Hallo. Willst du am Pikachu-Quiz teilnehmen? Später. Bist du das? Wie kann ich dir helfen? Okay. Also ich glaube, ich muss den einfach scannen, den Code, oder? QR-Code-Scanner. Achso, die Kamera geht schon. Ah, die Kamera ist unten. Okay, deswegen war es schwarz. Okay, okay, aufgepasst. Wie nah muss ich ran? Oh mein Gott. Technik. Pika. Elektro, danke. Das wäre geil, wenn Capikaccio noch die Form, keine Ahnung, Drache hätte. Dafür kriege ich Punkte. Okay. Und jetzt mache ich wahrscheinlich ein Hard-Safe. Jetzt würde ich wahrscheinlich ein Hard-Safe machen und einfach immer mit dem Typen hier reden. Aber warum lässt du mich nicht? Muss ich rein und raus gehen? Ah. Bist du es? Bist du es? Wie viele Pikachus gibt es hier? Ich frage mich, wie viele Pikachus in diesen Wohnwagen passen. Oh nein. Hallo Marco. Hallo Lola. Okay, muss ich das jetzt machen? Hallo Dave. Ist das unendlich? Pikachu. 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 Was ist das für ein Kack? Lass sie doch wenigstens anders sein, oder? Pikachu. 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 Das sind 24 Pikachus, weil Nummer 24 ist Mauzi. Äh. Nummer 24 ist Pikachu. Pikachu. Oh mein Gott, das sind drei. Das wäre geil, wenn ich mitzählen müsste und dann muss ich ihm am Ende sagen, wie viele Pikachus hier sind. Moment. Bitte nicht. Pikachu. Oder Demon King. 25 ist Pikachu. Und 52 ist Mauzi. Pikachu. Pikachu. Willkommen zu den typischen Minigames in Pokémon-Spielen. Knallhartes Gameplay. Unter 13-Jährige haben schon nach dem zweiten aufgegeben. Was ist das? Junger Herr. Was wollen sie? 27. 25 ist die Pikachu-Zahl. Hä? Hast du hier in Kyoto das neue Zelda gekauft? Geil. Das Cover in Japan sieht bestimmt noch cooler aus. Und das ist einfach so auf Deutsch spielbar, selbst ja inzwischen. Inzwischen gibt es einfach kein Region-Log oder Region-Unterschiede mehr. Es ist so gut. Sag mal, laufen die dann wenigstens hier rum? Sind es jetzt hier auch mehr? Nein. Was ist das für ein Kack-Spiel? Steph! Mensch! Seid ehrlich, muss ich das wirklich machen? Das macht doch keinen Spaß ey! 33 sind hier schon raus! угad parties und etwas scheibe! Also ich habe es nicht gemacht. Hä? Kein Plan, hä?! Du hast gesagt, ja, du brauchst alle! Du hast gesagt, ja, du brauchst alle. Happy, du bist ein riesiges Feen-Unlicht-Dämon-Pokémon. Hallo, Antiny. Okay, warum will der aber meinen QR-Code nicht annähen? Okay, ich geh einmal draußen rein. Wahrscheinlich liegt's daran. Ach, du bist es. Ich dachte, der Typ ist es. Okay, hier steht jemand Neues. Das war doch nur ein Witz. Ja, das wäre doch typisch. Okay, wir haben erst... Welches Geschlecht hat das? Ist das immer das richtige Geschlecht? Also immer das gleiche Geschlecht? Oder muss ich das... Ich hab's gar nicht da. Ich scanne mal noch ein paar QR-Codes. Was gibt's denn noch für QR-Codes? Ich kann mal gucken. Was gibt's denn für coole Sachen? Ich muss erst mal... Ich fliege erst mal... Ich schau mir das Pikachu erst mal an. Nicht, dass das jetzt weiblich ist. Ich meine, vielleicht ist es auch immer weiblich. Aber ich glaub nicht. Hier steht... Cap Pikachu. Cap Pikachu. Hier steht gar kein Geschlecht da. Hier steht gar kein Geschlecht. Wenn du genug Punkte hast, kannst du ein besonderes finden. Ein besonderes Pikachu. Hier. Das ist ein Männchen. Also passt. Nehme ich. Ich hab mir übrigens gestern noch ein Marshadow geholt. Um das Shadow Neat Z zu bekommen. Und auch ein Mew und Relaxo ist aus XY rüber. Und die beiden Steine muss ich jetzt noch abholen. Das machen wir auch gleich. Und das Cap Pikachu Neat Z sollte ich mir jetzt auch holen können. Bei irgendeinem Pikachu, das da rumläuft. Das Spiel hat kein hässliches USK-Zeichen. Ja. Wie ist es in Japan eigentlich? Gibt's da sowas nicht? Ich mein, ich fänd's auch zum Beispiel logisch, dass wenn etwas unter 18 ist, dann braucht es kein FSK-Zeichen. Oder lass es... Solange Spiele von 0 bis 6 sind, braucht es kein FSK-Zeichen, finde ich. Weil... Weil warum... Warum... Warum mit einem Zeichen sagen, dass es jeder spielen darf? Bisschen unnötig. Aber... Auch typisch. So, ich speichern mal. Achso, ne, ich bin ja richtig. Das heißt, wenn ich jetzt mehr QR-Codes scanne... Ich mein, Magiana muss ich eh noch holen. Von wem krieg ich das dann eigentlich? Und ich sollte mir jetzt den Stein holen können. Von einem, den der Pikachu ist da. Hat den Vorteil, muss nicht suchen, ob irgendwo ein Zeichen drauf ist. Ob's doch ein FSK hat, wenn man eins drauf... Ja, okay. Okay, woher weiß ich jetzt, welches... Woher weiß ich, welches... Ich glaub, es war Pikachu, was mir das gibt. Oder muss ich das Quiz gewinnen? Ich guck nach, bevor ich jetzt hier rumlaufe. Pikachu-Tal. Ich hab mir doch alles gebuckmarkt. Ash Pikachu mit Z. Vom Pikachu ganz recht, wenn man einen Pikachu mit Kappe im Team hat. Okay, okay, okay. Ich geh ja schon. Ich mein, das war ein bisschen logisch. And Tiny, du bist ein Pantflamm. The Devil, du bist ein Katapul-Dra. Geilstes Pseudo-Leggy. Wir müssen uns auch noch das Surfer-Pikacho holen. Es ist noch, es gibt ein paar coole Sachen, die wir uns holen müssen noch. Alle Kristalle, aber ich glaub, ich hab gleich alle Kristalle. Und dann alle... Die Brutalanders. Dann muss ich dieses Surf-Spiel perfekt machen, damit ich das Surf-Pikachu kriege. Und, ganz vergessen, die ganzen Herrscher. Aber ich glaube, die Abzeichen sammle ich offline. Außer wir haben heute nichts mehr zu tun, denn. Pikachu 2. Es freut sich offenbar darüber, einem Pikachu mit Kappe begegnet zu sein. Du hältst das Z-Kristall-Ash-Pikachium. Was eine eigene Animation hat. Chupi. Das ist ja Chupi. Okay, dann guck ich mal kurz, was es für QR-Codes gibt. Insel-Scanner. QR-Code-Scanner. Hier. Oh Gott. Liste der tauschbaren QR-Codes. Was? Was heißt das? Hat man einen Pokémon gefangen und so mit dem Pokédex registriert, und so kann man den Eintrag abrufen und sich den QR-Code des Pokémon anzeigen lassen? Ach krass, man kann seinen QR-Code jemandem geben, der sich das dann... Moment mal. Hier ist eine komplette Seite. Mit all den QR-Codes von jedem Pokémon. Das heißt, wenn ich einen vollen Pokédex haben möchte, nicht gefangen, aber angezeigt haben möchte, kann ich hier einfach die, die mir noch fehlen, einscannen? Ich meine, dann ist logisch rum, der Schiller-Pin. Man braucht... Man muss alle fangen für den Schiller-Pin, weil sonst wäre das ja viel zu einfach. Du kannst einfach jedes Pokémon einscannen, damit du es im Pokédex hast. Krass. Ja gut, gibt es auch irgendwelche besonderen. Insel-Scanner. Ja, 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 das machen wir nicht. Besondere QR-Codes. Magiana. Kappen Pikachu. Wunder-QR-Codes. Hier sind fünf Spezial-QR-Code-Bilder, die du in deinem Spiel einlesen kannst, um gleich loslegen zu können. Okay, also es gibt sauviele QR-Codes. Du kannst tatsächlich beliebige QR-Codes nehmen, auch von Lebensmitteln. Ach krass, wie? Aber ich kann jetzt... Es muss ein QR-Code sein. Hä? Wie random ist das denn? Ist ja saulustig. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas habe mit dem QR-Code. Okay, aber dann scanne ich mal aus Spaß die hier ein. Dann bekomme ich... Ups. Dann bekomme ich quasi Wundertausch. Äh, Wunder... Wunder... Wie heißt das? Wundertausch doch. Ach ja, Linda 3, krasses Ende. Nice. Danke, dass du es angeschaut hast. Ich glaube aber, dass die anderen Szenarien noch ein viel krasseres Ende haben, oder? Ein Lapras. Von wem kriege ich das jetzt? Im Pokémon Center wahrscheinlich. Wie gut das funktioniert. Trotz dieser schrecklich schlechten Kamera. Ein Moruda! Ich meine, ich habe schon alle Pokémon. Ich habe nichts davon, wenn ich das jetzt hier mache. Ich meine, ich gebe mir nicht mal Mühe, das richtig einzuscannen. Das erkennt es einfach. Ich meine, heutzutage muss man ja echt nur eine Millisekunde über dem QR-Code drüber gehen und schon erkennt er den. Aber hier vor acht Jahren, zehn Jahren. Dann mit dieser schönen Animation. So, ich habe jetzt 100 Punkte. Was kriege ich jetzt? Wir micken mal, gell? Der Inselscanner ist so ein Einsatz bereit. Ach, das musste ich machen für den Inselscanner. Ich dachte immer, ich musste diese Fotos machen, oder so. Inselscanner. Ja, ich kenne den Inselscanner. Ich glaube aber, es gibt nicht wirklich etwas, was ich groß scannen möchte. Also kein Inselscanner. Die Inselscanner-Pokémon sind ja die Pokémon, die nicht im Alola-Pokédex vorkommen. Okay, warte mal. Ich habe den Magianer-Code. Muss ich noch einscannen? Wo bist du? Magianer-Europa. Antiquariat-Allerlei-Hau-Holy-City. Okay. Hau-Holy-City. Wenn die das schon ankündigen, dann ja. Hau-Holy-City war... Hier zufällig? Nein. War das in der ersten fetten Stadt? Ah ja, genau. Das war die erste fette Stadt. Raritäten-Einkaufszentrum. Was ist das da? Das habe ich letztens sauber machen müssen. Irgendwie so einem verrückten Hausmeister. Der sagt, ich habe alles dreckig gemacht, was es gar nicht war. Silver Angel. Du bist ein Hoherber. Beherber. Demon King. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt kurz warten, bis ich dir das zeige. Das ist zu krass. Es ist nicht zu krass, aber es ist schön krass. Hau-Holy-City. Demon King. Du bist ein Shiny. Zoroark. Shiny Zoroark. Wunderschön. Wenn du das auf deinem Stapel haben möchtest, dann sag das. So, wo sind die Raritäten? Das sieht aus. Der Typ. Der Typ ist es. Ich bitte um Entschuldigung auf dem Paketstand Antiquid Taste. Deshalb hatte ich es zunächstfalls zugestellt. Magiana. Und wo kriege ich jetzt die anderen her? Wo steht der Typ für all die anderen Sachen gerade? Da ist es. Magiana. Ja bitte, willst du auf deinem Stapel? Okay. E-Ding. Oh! Marco Briand. Brioche. Shiny. Ultrigaria. Sehr, sehr gut. Philipp. Kirlia. Okay, er ist weg. Das heißt, ich schätze mal die anderen Sachen. Gibt es für mir Magiana Z? Gibt es das nicht? Ne? Gibt es Magiana Z? Magiana Z? Was ist das? Was ist das für große Klappe? Hm. 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 Die Pokémon bekommst du nicht. Die sind doch für den Inselscanner. Achso. Was ist das denn langweiliges dann? Aber okay. Gibt es Magiana Z? Glaub nicht, ne? So, ich habe hier noch eine Liste gemacht mit Z-Sachen. Z-Kristalle. Ne, es gibt kein Magiana Z. Ne. Okay, ich habe Reitschum Z. Ich habe Ash Pikachu Z. Ich habe Pikachu Z. Ich brauche noch Evolium Z. Fegro habe ich. Grandiras habe ich. Kapu habe ich. Lunala habe ich. Marschetto habe ich. Mew brauche ich noch. Mimigma habe ich. Primaren habe ich. Relaxo hole ich noch. Silvaro habe ich. Solgaleo habe ich. Ultra. Necrozma habe ich. Und Wolverog habe ich. All die Typen habe ich eh, wenn ich die Story durchgespielt habe. Also ich habe ja alle im Startbildschirm, dann sieht man die ganze Reihe voll. Okay, Evolium. Dafür muss ich irgendeinen bekämpfen. Avenue Royal. Avenue Royal. Nach Einzug in die Rommeshalle von Evoli Profi Evan. Wo ist Evoli Profi Evan? Warte, das ist aber hier. Avenue Royal. Pokémon Fan Club. Wahrscheinlich da drin. Hallo Angie. Hallo Angie. Gab ein Game für die PS1 ähnlich wie Pokémon, wo man einfach alle möglichen Random CDs einlinken konnte und dann neue Viecher generiert wurden. Ja. Was war das nochmal? Ich habe davon schon mal gehört. Ich habe es nie gespielt, aber ich habe davon schon mal gehört. Wo ist der Pokémon Fan Club? Ja drin. Nee, ne? Der ist nicht hier drin. Hier ist WrestleMania. Es ist auf jeden Fall um einiges nerviger, jetzt wieder mit dem DS zu spielen. Meine Finger. Hier. Pokémon Fan Club. Mein Controller war so viel angenehmer. Wer ist hier der Evoli Fan? Fettes Mautzy Plakat. Bist du Evoli Fan? Foto mit meinem Pokémon. Nö, 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 nö. Was mit dir? Ewigstein? Na klar weiß ich, was ein Ewigstein ist. Magst du Evolis? Hallo? Wer mag hier Evolis? Okay. Nicht hier drin. Magst du Evolis? Das muss doch jemand sein mit einem Evoli auf der Schulter oder so. Der kleine Racker. Du bist sehr mutig. Gib mir dein Evoli. Ich musste schon meinen ganzen Mut zusammen, um dich anzusprechen. Vielleicht bist du es? Nein. Wer mag hier Evolis? Magst du Evolis? Jade Cocoon. Ging das bei Jade Cocoon, dass man die CDs einscannt? Kann schon sein. Boah, gibt's jetzt hier niemanden, der Evolis mag? Wärst du wieder für einen Kampf zu haben? Bist du Evoli Fan Club Mitglied? Grr, wo ist's, wo ist's, wo ist's, wo ist's? Nach Einzug in die Ruhmeshalle. Nachdem alle acht Profis herausgefordert wurden, wird Evoli Profi Evan den Protagonisten um einen Kampf bitten. Nach einem Sieg über ihn, überreicht er dem Spieler den Evoli um Z. Jawoh. Ach nö, das ist, oh ne, warte mal, ist das eine fette Quest? Hier steht, nach dem Einzug in die Ruhmeshalle berichtet Evoli Profi Evan im Schnäppchen Paradies von alten Tagen und bittet den Protagonisten, seine Freunde zu suchen. Diese finden sich an folgenden Orten. Nachdem alle acht Profis herausgefordert wurden, wird Evoli Profi Evan den Protagonisten um den Protagonisten. Oh Gott, ich muss alle Evoli Fans finden. Aber hier steht nur, nach Einzug in die Ruhmeshalle von Evoli Profi Fan Evoli Profi Fan Evoli Profi Evan Okay, einfach mal gucken, wo der ist. Wo bist du Evoli Profi Evan? Evoli Wo stehst du? Schnäppchen Paradies der Evan Juroleal Okay. Hallo Faulgott Evoli Fan Profi Evan Evoli Van Profi Fan Evoli Evoli Eben Wo ist hier Schnäppchen? Hier irgendwo Schnäppchen Uh Ich habe gesehen, ich brauche doch alle 100 Sticker Ich habe jetzt 69 Ich brauche 100 Das heißt, ich muss wirklich alle abgehen mit einer Komplettlösung Zweimal in beiden Spielen Das ist 70 Kriege ich jetzt einen Anruf? Also Das wird nervig, weil ich dann alles nochmal durchgehen muss Wo ist denn das Schnäppchen Paradies? Komm da rein Schnäppchen Paradies Avenue Royale Ich bin doch Ich bin doch bei Avenue Royale Schnäppchen Paradies Pokémon Fan Club Dom Royale Okay, also irgendwo ist hier ein Haus Weißt, wo Häppchen Paradies ist? Wo auf OnlyFans Das Schnäppchen Paradies Ist dieser Laden mit Sabayon das Schnäppchen Paradies? Oh Gott, du Ich bin völlig fasziniert Nein Aber der NPC Gibt es mir Also so sieht er aus Wo steht das Schnäppchen Paradies? Von Profi Evan Danke Wo ist Profi Evan? Im Schnäppchen Paradies Oh, da geht es noch weiter Da rechts Ne, das sind Autos Das sind Autos Wo ist das Schnäppchen Paradies? Ah, hier Hier vielleicht Hallo Fabian Willkommen im Schnäppchen Paradies Warum chillt der einfach in so einem Einkaufsladen? Evoli Profi Fan Service Evan Steht einfach so im Einkaufsladen rum Wo bist du? Wo bist du? Der Der? Hey du, warte mal Das funkelt in deinen Augen Was ist das für ein random Typ? Einfach ein random Typ Der Veteran Der Einfach Kassierer ist Mein Evoli und ich Evoli Profi Evan Waren damals bekannter Als sein buntes Yorkleff Aber ehe ich mich versah War ich verheiratet Und hatte Kinder Bald schon zählten Mietzahlungen zu den Prüfungen In meinem Leben Und jetzt bereite ich mich Auf die große Prüfung vor Meinen Ruhestand Aber genug davon Ich hätte deine Aufgabe Für einen talentierten Trainer Wie dich Ah, ich muss all seine Freunde finden Oh nein Tatsächlich Ich dachte Der will jetzt einmal Gegen mich kämpfen Und dann Und dann kriege ich Den Stein Und dann sagt er Kämpf noch gegen all die anderen Ich muss jetzt Alle Evoli Trainer finden Und dann ihn bekämpfen Und dann gibt er mir Das Evoli Set Okay Mew Set Und Relaxo Set Sind Beieinander In Kantai City Kantai City Im zweiten Hotelzimmer Von links Ich glaube die müssen In meinem Team sein War Shadow und Relaxo Mew und Relaxo Kantai City war Das hier Oh Alle sehen wie ich aus Ja Ich bin Veteran Leopold Aka Evoli Profi Evan Aka Jeder Veteran Im ganzen Spiel Ist das hier das Hotel Weil ich glaube Hier kriegt man Also hier Hier sind diese ganzen So Game Freak Und dann Ist das ein Hotel Ne das ist ein Was hier kann man Das ist ein Pier Okay 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 Ich muss da hin Wo auch Schillerpinnen Am Ende und so gibt Hallo Sushi Wo ist das Hotel Hier muss ich wahrscheinlich dann Pikachu Surfer machen Was ist das Hotel Mit den Goofers Draußen Zweites Hotelzimmer Von links Es ist ein Hotel Gibt's hier Gibt's hier Aufzug Bei Game Freak war ich schon mal Stimmt Das ist dann eigentlich ein anderes Gebäude Jetzt habe ich die Pokémon Nicht dabei Kriege ich die jetzt Trotzdem Mal schauen Zweites links Okay Den kennen wir doch Hey guck mal in Pokédex Ich habe Relax Und Machado Und Mew Eines verstehe ich nicht Warum hat Necroz Mal die Kraft seiner Lichtenergie in Form von Auren In Z-Kraft Mit dem Pokémon Alolas vereint Ja 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 Ah fuck Ist er das mit dem ich reden muss Hier steht Im zweiten Hotelzimmer von links Beim Vorzeigen eines Mew Okay es steht Im zweiten Hotelzimmer von links Okay im zweiten Hotelzimmer von links Ist dann aber Das hier Okay ich muss es aber sowieso haben Geht's nach rechts überhaupt Nein das ist auch das zweite von links Nur halt rechts Aber es ist das zweite von links Ich muss kurz Mew Und Relaxo holen Wie so ein Agent steht er da Mit seinem Cyber Trench Code Ja Er holt gleich Neo Aus der Matrix raus Da ist noch ein Sticker Ich weiß nicht Soll ich alle 100 versuchen zu finden Ohne Lösung Die sind ja schon wirklich sehr offensichtlich platziert Aber dafür muss ich trotzdem Überall einmal gründlich gucken Es gibt bestimmt so ein paar Orte Wo man nie hingehen würde Wenn man nicht weiß Dass sie existieren Hallo Ghosty Das neue Follower Danke dir Hallo 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 Magiana So wir tun jetzt alle einfach rein Marshadow Mew Und Relaxo Ich glaube dann habe ich alle Z-Kristalle Und alle Pokémon dazu Also ich hätte mir kein Marshadow geholt Ich habe mir das natürlich reingecheatet Dieses Marshadow Weil es ja nicht anders geht So wie auch das Dianzi in Gen 6 Aber nur mit dem im Team Kriege ich halt jetzt den Kristall Und ich will halt jeden Kristall Und jede Animation von jedem Kristall mal anschauen Ich glaube nicht, dass Akromas mir das gibt Das würde doch sonst da stehen Mal schauen Hallo Ne, der gibt mir nix Das zweite Die zweite Tür von links Okay Aber es ist auch nicht von links Es ist die zweite Tür von rechts Aber es ist die zweite Tür links Das hier wäre die zweite Tür links von links Das wäre die erste Tür links von Aber zwei von links Relaxomium Mewnium Marshadowium Bringst mir ein Pokémon Das mit seinem Namen Pate für einen der genannten Z-Kristalle gestanden hat Du hast ein Relaxo mitgebracht Relaxo-Z Du hast ein Mew mitgebracht Mewnium Z Sag der jetzt zu Marshadow auch Dann habe ich zwei Shadow Z-Kristalle Das ist mir schon aufgefallen Man kann Z-Kristalle mehrmals haben Ich verstehe den Sinn davon nicht Weil man kann sowieso Items mehrmals auf Also Das verschwindet nicht Hier Ich habe jetzt Marshadowmium Okay Doch nicht Also es steht keine Anzahl da Weil als ich Marshadow gestern abgeholt habe Hat der Typ Der mir das Marshadow gegeben hat Mir danach auch Marshadium Marshaddonium Z gegeben Das heißt genau genommen Habe ich jetzt zwei Nur es hat keine Anzahl Weil es keinen Sinn macht Denen eine Anzahl zu geben Marshadow Relaxo Ach Relaxo muss eine bestimmte Attacke können Und Mew auch Oh no Okay Dann ist es noch ein bisschen aufwendiger Hallo Sanyala Du bist ein Das sollte ein Ein Veggie Cheater sein glaube ich Veggie Cheater Oder ist es Feuer Mit der Spitze Aber lass mal auch mal In die anderen Zimmer gucken Weil diese Hotels In den Pokémon spielen Ja immer besonders Blue Kur Bella Elai Ja Blue Jemand darf uns sehen So ist es vom Schicksal bestimmt Warte Kur Elai Blue Bella Blue Bella Was Ich werde jetzt verscheucht Sinelbeere Okay die haben mir eine Sinelbeere gegeben Dafür dass ich sie Aber da gibt es doch bestimmt noch eine Lore Irgendwie Irgendwo Find ich raus Find ich raus Dass das die entführte Präsidententochter von Game Freak ist Du siehst jung und spritzig genug aus Ich bin so spritzig für dich Grandpa Ich soll seine drei Freunde finden Ich soll seine drei Freunde finden Okay Ich sollte jetzt jedes Item haben Jedes Item haben Jedes Setting haben Außer Evoli Wollte ich jetzt noch gucken Steht hier beim Stein Welche Attacke ich brauche Ibis Schatten Ash Pikachu Donnerblitz Relaxo Gigastoss Mew Psychokinese Okay das muss ich irgendwann Muss ich die halt auf die Attacken Hochgrinden Ich habe gestern noch ein paar meiner Pokémon entwickelt Ehrlich gesagt alle Eins habe ich nicht entwickelt Da muss ich später dran denken Meinen Wuffels Ich habe gestern auch nochmal alle Pokémon doppelt gefangen Die in meinem Team sind Weil ich die in meinem Team natürlich nicht weggeben will Weil ich mit denen weiter kämpfen will Deswegen habe ich auch nochmal Muss ich jetzt nochmal einen Wolverog entwickeln Vielleicht soll ich dieses Wolverog einfach schon in mein Team reintun Na Shadow Mew Ähm Ja hier Dieses Wolverog Tempomacher Das hier muss bei Zwielicht Sich entwickeln Und ich habe ja Ein Glücksei Das gebe ich dem direkt Ich weiß gar nicht wie war das Es muss nur bei Zwielicht sein Es muss nicht irgendwie ein Level haben Oder muss es ein Level haben Ich glaube es muss ein Level haben 25 Okay Level 25 Was es doch kriegen sollte Wenn ich jetzt gegen die ganzen Evoli-Macher kämpfe Alright Dann kann ich hier nochmal abkreuzen Nachdem ich an all diesen Pokémon mich vorbeigescrollt habe Gen 5 Gen 6 Hier Ich habe jetzt ein Normales Also ich habe Cosmo Wurm entwickelt gestern noch Ich habe das Magiana gerade bekommen Und das war es Die restlichen sind exklusiv Sonne Aber ich habe gestern die beiden noch gemacht Die Starter habe ich noch gemacht Und was ich gestern Nacht auch noch gemacht habe Die letzten Pokémon entwickelt Und Zuchtdinger gemacht Um jede Attacke zu haben Ich habe jetzt Ich habe es natürlich übertragen auf Home natürlich Aber das sind die hier Das waren die letzten Attacken die mir gefehlt haben Wenn ich Die hier Die hier übertragen habe Dann auch das hier Dann habe ich jede Attacke in Pokémon Home registriert Die existiert Jemals existiert hat Pulverschleuder ist es hier gewesen Die Attacke die ich noch nicht hatte Hier war es Heilbefehl Das sind Attacken die du normalerweise nicht haben würdest Ich musste die mit Herzschuppen wieder Ringen Also wieder hervorholen Weil die auf Level 1 beigebracht werden Pulverschleuder Heilbefehl Tatami Schild Ein Quajutsu kann auf Level 1 Tatami Schild lernen Also niemals wird dein Quajutsu Tatami Schild können Außer Du erinnerst es daran Auswringen Hier war es Plasma Schauer Hier ist es Trumpfkarte Und hier ist es Frustration Und wenn ich die übertragen habe Habe ich alle Attacken in Pokémon Home Decks registriert Oh boy Dann fehlen mir nur noch Die letzten Erfolge in Pokémon Home 13 Erfolge Das sind so elendige Online Erfolge Die ich mit euch machen muss Da werde ich euch vorwarnen Weil da brauche ich eure Hilfe Aber das Schöne ist Wenn ihr die mit mir macht Bekommt ihr sie auch Die Erfolge in Pokémon Home Okay Dann Bleibt mir jetzt nur noch übrig Die Die Ähm Ebulis zu finden Wie finde ich die? Trainerschule Enya Hat auch hier stets Alle Ewolis ey Ich muss jedes Ewoli jetzt einmal besiegen Zuerst Trainerschule Und es ist Enya Wie von Herr der Ringe Trainerschule Vervollständigst du auch den Go Decks in Home Niemals Ich habe da null Bock Weil den Go Decks zu vervollständigen Ist eine Ist eine Aktion Erstens ist die Finde ich Also unfair Weil du nie alles fangen kannst In Go Du musst immer warten Dass irgendein Pokémon freigeschalten wird Bis du es fangen kannst Also Und dann muss ich auch Raids machen Für die Legis Was ich nie mache Weil Ich niemanden habe Mit dem ich raiden kann Und auch keine Lust habe Schreibst du das? Enya Ich brauche eine Enya Muss ich rein oder? Und dann kommt hinzu Dass es in Go auch noch Wenn man es richtig natürlich machen will Dann gibt es da auch noch die ganzen Ähm Skins von den Pokémon Mit ihrer Bekleidung und sowas Also ich finde es einfach Go ist Ein eigenes riesiges Ding Was ich da nicht dazu zähle Und Es ist schier unmöglich Mit der Masse an Pokémon Da hinterher zu kommen Deswegen nein Und ich mag Go ja auch nicht so Ich habe kein Bedürfnis Das da zu vervollständigen Weil es eben so Es ist Komplett übertrieben viel Was man dort vervollständigen kann Du kommst da nie hinterher Äquana Aquana Profi Lass mal mit Amphira anfangen Maori du bist ein Riolu Ich habe nur einen Bananenshake hier Ich habe noch nie ein Aquana gesehen im Spiel Autsch Haha Loser Und während ich gestern diese ganzen Sachen Gelevelt habe Attacken und sowas Rausgesucht habe Habe ich Braindead angeschaut Weil ihr gestern gesagt habt Braindead Ist ein geiler Film Beziehungsweise Marco hat gesagt Ihm hat er nicht so gefallen Den gibt es auf YouTube einfach so zum anschauen Was schon krass ist eigentlich bei der Gewalt Ähm Ich finde ihn geil Ich fand es einen geilen Film Komplett übertrieben Ist so ein Evil Dead Film Aber Ich habe noch nie so kreative Tode gesehen Das war so kreativ Was die manchmal gemacht haben Ich meine er ist natürlich strunzdumm der Film So richtig Richtig trashig Aber Ich fand ihn geil Wenn man bedenkt Dass der Typ einfach Herr der Ringe danach gemacht hat Es ist noch abstruser Dass so ein verrückter Kopf Der so einen Film machen kann Danach einfach Einen der Einflussreichsten Berühmtesten Filme ever macht Okay Die nächste Person Ist Kantai City Aiden Kantai City ist groß Kennst du auch Meet the Feebles Ne Was ist Meet the Feebles Also ich kannte Ich kenne den Namen Ist der auch so dumm Oh Gott Ist das das mit denen Sind das diese Puppen Puppet Musical Black Comedy Auch Peter Jackson Äh Full Movie Eine Stunde 40 Ich mach mir direkt ein Lesezeichen Okay Hab schon mal gehört Ich hab schon mal gesehen Auch von Peter Jackson Ich hab Bookmark gemacht Gibt's auch auf YouTube Einfach so zum anschauen Ist nicht Kantai City genau nebenan Ne Kantai City war das andere Gott wo find ich den denn Aiden War Branded nicht sogar indiziert Ich mein bei mir läuft er auf YouTube Kann sein dass man ihn in Deutschland Nicht auswählen kann Aber auf Aber er ist ja auch nicht Offiziell auf YouTube Das ist irgendjemand der den Film Hochgeladen hat Und niemanden kümmert Der ist nicht wirklich offiziell Auf YouTube Wo finde ich jetzt Aiden Muss ich jetzt Ich guck nach Bevor ich die ganze Stadt absuche Kantai City Aiden Flammerer Profi Aber wo bist du Nach Einzug in die Rummishalle Im Hotel Meeresrauschen Also da wo ich gerade war Jetzt noch wo wir den mit 16 Oder so angeschaut haben War es so ein Oho Wo hast du den her Kann schon sein dass Braindead indiziert war Aber viele Filme Wurde die Indizierung Aufgehoben inzwischen Weil wenn man das halt Vergleicht mit den Sachen Die heute im Kino rauskommen Also du schaust dir Braindead an Der indiziert ist Und dann schaust du dir Alien Romulus an Also Komm Da kannst du Diese gewissen alten Filme Nicht mehr indizieren Wenn sowas einfach Regulär im Kino läuft Damals sah halt alles Offensichtlich fake aus Weswegen es ja so lustig ist Fabian du bist ein Tam Ping Yong Und Isa Du bist ein Shiny Äh Chelterra Übertreib Flammare Übertreib Früher waren ja auch Teilweise Halloween Und Friday the 13th Teil in der CD Oder vor allem Zensiert einfach Wenn du sie anschauen Konntest Dann waren die Ich weiß noch wie ich Keine Ahnung welche Filme Aber wie ich Auf ProSieben Selbst um 23 Uhr nachts Irgendwelche Filme Angeschaut habe Und dann waren da Irgendwie Schnitte Die ich nicht gecheckt habe So irgendwas passiert Schnitt Es geht ganz anders weiter Und dann irgendwann habe ich gecheckt Ach die schneiden die Krankensachen raus Das gibt es ja inzwischen Auch nicht mehr wirklich oder Wobei vielleicht im Fernsehen Wird immer noch zensiert Okay next ist Malie City Lin Malie Malie Wo ist Malie City Malie City Was ist das hier Ja Lin Blitzer Profi Lin Schnäppchen Paradies Hä die ist genau da wo Wo der Typ auch ist Aber wo ist es Blade 1 und 2 waren auch auf dem Ingesex Und sind von ein paar Wochen erst freigemacht worden Bist du sicher Bist du sicher Weil ich habe Blade 1 damals In Deutschland auf ProSieben Ganz normal gesehen Halt irgendwie um 22 Uhr Aber vielleicht waren die extrem zensiert damals Aber ich habe Save Blade 1 und 2 damals auf ProSieben einfach angeschaut Also indiziert ist da glaube ich der falsche Begriff Sondern Die Uncut Version durfte in Deutschland wahrscheinlich nicht gezeigt werden Aber die Wo war denn hier jetzt nochmal das Schnäppchen Paradies Doch das war das doch hier Ungeschnitten Ja 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 Blade war aber auch Hä das ist gar nicht Hä Malie Ich bin doch in Malie Ach ne Nach Einzügen hier rum Der Blitzer Profi erscheint erst Achso Toll hier steht gar nicht wo die steht Lin Wo finde ich jetzt hier Lin Okay warte vielleicht ist sie da drin Taco Dragon Dankeschön für dein Prime Dankeschön Schön dich zu sehen So fleißig wie du bist bin ich auch gut dabei Habe fast Generation 4 fertig Das Projekt ist der Hammer Mach weiter so Dankeschön Freut mich dass ich dich inspirieren konnte Macht Spaß ne Macht Spaß Und ist teuer Und hey Funex Dankeschön Für vier Monate Muss ich jetzt alles abgehen Bis ich die finde Scream sensiert ist geil Da haben die einfach eine komplette Szene rausgeschritten Du hast gar nicht geblickt was passiert ist Genau Es war denen einfach so egal Anstatt dass sie einfach irgendwie Schwarze Balken drüber legen Das gibt es ja auch Dass in Ländern einfach es extrem halt Blurry wird Oder schwarze Balken drüber gelegt werden Aber nein einfach die ganze Szene rausschneiden Sodass du nicht mehr checkst was passiert Wahrscheinlich waren die Deutschen so Uns ist egal was man sieht Der Sinn ist das Schlimme Was auch Finde ich Eher stimmt Oft ist nicht das was man sieht das Schlimme Sondern der Der Gedanke dahinter Den Gedanke dahinter Kannst du halt nicht zensieren Feuerrot und Blattgrün sind heute Gekommen und Operator ist bestellt Sweet Warum erst jetzt Ich dachte du hast schon längst einen Operator Aber hast du nicht auch mal gesagt Du willst das alles nur mit der Mit der Switch machen und sowas Weil du keinen Bock hast die alten Spiele dir zu holen Hast du dich jetzt umentschieden Warum geht die Musik hier so ab Die Kanto Arena Ich geh wieder Aber Wie weit ist das jeden Tag eine andere Arena Weil das war eindeutig die Hä warum existiert die hier Warum existiert die Das war eindeutig die Mr. Bob Bob der Baumeister Arena Es ist eine alte Frau in einem gelben Kleid Du wolltest sie eh für die Sammlung Sehr gut Und hallo Beast Da ist sie Bist du es Bist du der Blitzer Profi Okay Okay Ciana Profi Huuu Ciana Profi Huuu steht auch wieder nicht da wo er ist am glühberg steht ein zianer profi fehlen nur noch die drei hohen spiele die teuersten von woher doch die teuersten von allen würde ich sagen oder wohin ist schon am torsten feuerrot und blattgrün ist wahrscheinlich genauso teuer und und gen 5 ist halt auch teuer was ist das denn für ein robustes blitze so danach wenn ich jetzt in evo die kristall haben können wir eigentlich brutal an der machen ich habe ein bisschen angst dass das ohne reiche ernte schrecklich wird aber ich weiß auch nicht was ich wie ich jetzt mal eben schnell an ein reiche ernte trombok kommen soll bei hat nicht jemand mal von euch gesagt dass nicht nur trombok reiche ernte hat es wäre wieder so typisch dass ich mich dann ewig lang vorbereitet und dann kommt es brutal an der auf level 9 einfach nach einer minute dank der vorbereitung so glühberg war doch das wo donarion sich entwickelt oder steht er da oben wo steht er ein hellblau angezogener blonder mann glühberg hier ist niemand kann ich da rein ich kann hier rein du da baut diese nicht nicht leicht zu finden ich meine der der typ gibt einem ja hinweise ich weiß nicht wie gut die hinweise sind aber der sitzt einfach hier mit dem rücken und schaut fern also im sitzen auf einen meter entfernung machen wir jetzt einen fetten kampf bisher hat man am führer noch nicht wirklich einen vorteil gehabt gegen diese evolutions im gegenteil jetzt hat man wuffels wuffels ist jetzt level 23 das heißt in einer stunde sollte es sich entwickeln ja und herrscher dinger können wir jetzt sammeln aber ich weiß nicht ob ich mit euch poké wiki durchgehen soll und zu jedem sticker noch mal hingehen in der hoffnung dass ich 30 finde die ich noch nicht habe ich will mir dann am stück alle holen erst wenn ich 100 stick gehabt gehe ich pikachu müssen wir noch machen vielleicht mache ich pikachu noch vor brutalander kann ja nicht so schwer sein das alles perfekt zu machen hat es jemand von euch gemacht das surfer pikachu sich geholt ist das schwer die surfer challenge ok jetzt haben wir hau holi friedhof der ist nicht so groß hau holi friedhof ok 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 hori ok ok daar ich habe noch nicht mal gegen alle hier gekämpft ok wie sieht er denn überhaupt aus du bist es du bist es du bist es ich spüres Bist du der Natara-Profi? Sind alle übrigens im Luxusball. Man kann echt noch sauviel machen, nachdem man durchgespielt hat. Ich habe ja auch keine einzelne Quest gemacht, ich habe nicht mal diese Traumato-Quest oder die Ditto-Quest habe ich auch nicht gemacht. Aber ich kriege am Ende halt nichts, was mich wirklich interessiert. Soll ich die Quest vor Fun machen? Wofür wird es so stark, bevor es sich entwickelt? Das ist aber sehr angenehm, dass ich jetzt nicht ständig, ich könnte ihm mal das Glücksei wegnehmen, dass ich jetzt nicht ständig die Entwicklung abbrechen muss. Weil Tempomacher Wuffels entwickelt sich halt echt nur bei Zwielicht. Ah, dann würde ich ihm Ewigstein geben. Okay, jetzt jetzt... Ach, Lili. Lili Fiola. Das Spiel speichert echt schnell, wenn man das mal mit Gen 4 vergleicht. Oder Gen 5. Oder Gen 3. Lilii sollte doch... hier sein. Lilii nicht dieser Platz einfach, wo man steht. Wo man am Anfang kämpft. Hier. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht. Vorlesen. Stigger. Das ist ein Quatsch, die alle jetzt einzusammeln. Ich muss eh alles nochmal durchgehen. Hallo Redface. Bist du's? In irgendeinem Haus. Das klang nach einer Frau. Wobei... Tatsächlich. Die haben irgendwie... Die haben alle die gleichen Sprites. Schon wieder. Das ist die dritte Oma im gelben Kleid. Fiola. Und dann... Die haben alle keine Chance. Die Rätsel... Vielleicht hätte ich's auch mit den Rätseln machen sollen. Weil's irgendwie interessanter ist. Hanohanostrand. Ist der nicht auch hier auf der ersten Insel? Was sind da noch zwei? Hanohanostrand. Bist du das? Nee. Ist das der Strand? Nee, das ist Millimilli. Hanohanostrand. Bist du das? Nö. Das? Nee. Der da. Der ist es bestimmt. Hanohanostrand. Und du heißt... Florence. Weil die hat Folipurba. Deswegen Florence. Die... Flower. Du, Florence. Die Tote. Ich kann Gufa-Schleudern empfehlen. Das ist Pokémon-Missbrauch. Okay, wie weit geht der Strand? Ist das ein... Bist du Florence? Nee, du bist die Sankabu-Frau. Bist du Florence? Ja. Find ich mal ne Junge. Ein junger Evoli-Profi. Jetzt, wo Amphira gut wäre, ist es Geschichte. Kreuzschere, komm. Oh! Oh nein! So traurig heute. Wir sind Kaffee holen gegangen. Und sind wieder am Meer entlang gegangen. Und ich hätte es ja nie gedacht, dass ich mal so ein Tier live sehen werde. Beziehungsweise live ist das falsche Wort leider. Äh, da war dann so eine kleine traubaren Menschen. Das heißt kleine. Das waren vier Leute, die da um etwas standen. Und ich... Auf dem Weg dahin war ich schon so, oh shit. Rosa, guck weg, da liegt ein totes Tier. Und wir kommen immer näher und ich denke mir so, ist das ein Hund? Eine Qualle? Was für ein Meerestier ist das? Ist es... Ist es ein Pinguin? Weil es war... Pinguin kann nicht sein. Weil es... Umso mehr ich hingegangen bin, desto mehr sah ich, dass es komplett weiß war. Weil das war eine Babyrobbe. Eine weiße Babyrobbe einfach. Vielleicht einen Meter lang. Komplett flauschig. Und die lag da einfach so und hat geschlafen. Und ich hätte nicht gedacht, dass die hier sind. Also ich sehe... Man sieht hier dauernd Seehunde. Die sind halt... Nicht Seehunde, halt Hobben. Die sind halt komplett grau und glitschig und relativ hässlich tatsächlich. Aber die war einfach winzig, weiß, fluffig und die lag da einfach gestrandet. Und... Keine Ahnung, was mit der passiert ist. Da stand jemand daneben mit so einer Warnweste an. Deswegen glaube ich, die war von der Stadt die Person und hat... Ähm... Hat halt gewartet bis jemand... Oder hat jemand gerufen. Keine Ahnung, was man macht. Eigentlich tust du sie ja einfach wieder ins Meer wahrscheinlich zurück. Aber vielleicht sagen auch Wissenschaftler, hey gut, wenn es schon da ist, kann man sie untersuchen oder sowas. Weiß nicht. Aber es sieht so aus, als wäre die natürlich im Meer gestorben und dann angespült worden. Aber die hatte nix. Also sie hätte auch locker da liegen können und schlafen können. Vielleicht hat sie es auch getan. Die hat einfach geschlafen. Aber hey, ich habe mal eine wilde, echte, weiße, kleine... So wie man sie kennt von den Nordpol- oder Südpol-Videos, Dokus. So eine kleine, knuffige, weiße Robbe. Nur nicht sehr beweglich. Emma, Dorf des Seevolkes. Heftig. Ja, aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, ich finde es so traurig, dass sie da liegt. Aber gestern bin ich an 100 toten Quallen vorbeigelaufen. Oder jeden Tag oder immer, wenn ich Auto fahre, fahre ich an zerfahrenen Füchsen und Möwen vorbei. Was eigentlich natürlich genauso heftig sein sollte. Aber dann liegt da so eine kleine, weiße, knuffige... Es ist halt, sobald etwas süß ist, war ein Fuchs natürlich auch süß. Aber sobald da irgendetwas Süßes liegt, was exotischer ist, ist es halt noch mal so viel härter. Was aber auch unfair ist. Warum ist das härter? Aber es war echt hart mit anzuschauen. Ich habe nur kurz hingeguckt. Rosa ist da so richtig so... Richtig ist da Richtung hingegangen. Ich so, geh doch nicht extra noch hin. Du wirst es nicht vergessen. Okay. Wo ist die letzte Filinara-Frau? Ich finde sowas hat immer ein Vibe von ich habe einen Einhorn gesehen. So ging es mir zumindest in Italien, wo wir wilde Delfini gesehen haben. Ja. Klar. Ist ja auch so. Und so ging es mir auch, als ich damals diese Robbe gesehen habe, bei uns, wo wir vorher gewohnt haben. Oh, ist das schon wieder eine alte Frau im gelben Kleid? Und jetzt sehe ich halt ständig Robben. Ich denke mir so, okay, irgendwie war das nicht so besonders, dass ich eine Robbe gesehen habe davor. Okay, kleine Backstory. Bist du ein Profi? Nein. Okay. Vielleicht hier drin. Da ist ein Sticker. Ich weiß auch, wie du es damals erzählt hast. Ich habe eine wilde Robbe gesehen. Ja, und jetzt muss ich buchstäblich fünf Minuten zu Fuß gehen an den Strand. Beziehungsweise an den Hafen. Und da sind immer Robben, weil die immer was zu essen wollen von denen. Übrigens genauso mit einem Heron, äh Graureiher. Wo wir davor gewohnt haben, war es immer so extrem besonders, wenn wir einen Graureiher gesehen haben. Weil der so mächtig dasteht und so unglaublich cool und weise aussieht. Und jetzt, wenn wir jetzt hier in den Hafen gehen, sind da einfach fünf Stück auf einmal. Weil die alle auf die Fische warten, die geliefert werden oder halt rausgefischt werden. Und jetzt ist es nicht mehr so besonders, sie zu sehen, weil es so eine Normalität ist. Wo ist die? Der? Hier kann man sich täglich zwei Herzschuppen übrigens abholen. Falls ihr das nicht wusstet. Mach ich mal einfach, weil es geht. Kost aber. Also Herzschuppen sind überhaupt nicht schwer in diesem Spiel sich zu holen. Man muss einfach hier einmal Z-Portion. Dann kommt die Hapu. Diesmal kommt Hapu nicht. Wo ist Hapu? Vielleicht ist noch nicht ein Tag vergangen. Aber eigentlich, gestern hat es geklappt. Da kommt dann Hapu und gibt dir zwei Herzschuppen. Okay, du erhältst das Item Herzschuppe. Okay. Also ich kann jeden Tag mir eine Herzschuppe hier holen für eine Z-Portion. Okay. Vielleicht ist sie im Pokémon-Center. Okay. Vielleicht ist sie im Pokémon-Center. Äh. Das ist nicht. Ich suche Emma. Emma im Dorf des Seevolkes. Du bist Peppe. Warum hast du ein Shiny-Owei? Ich habe mich letztens erst beschwert, dass Trainer nie Shinies haben. Der hat ein Shiny-Owei. Krass. Weil er kann ja noch viel mehr können, das. Cool. Props an Sonne und Mond. Ich mag euch trotzdem nicht, aber trotzdem. Cool. Oh. Nice. Sieh nur, wie hübsch golden es glänzt. Gib der mir jetzt ein Nugget dafür. Okay. Noch ein Nugget. Kannst du bitte mir einfach drei Nuggets auf einmal geben? Hallo. Ich habe letztens 20 Riesen-Nuggets gekriegt. Auf einmal. Und du gibst mir fünf. Was? Hör auf. Ist das für jedes Owei eins? Danke. Bist du Emma? Emma. Bist du Emma? Bist du Emma? Bist der Zenitstürmer. Ich habe ich da schon. Hä? Wo ist Emma? Ich bin doch im Dorf des Seevolkes. Ich habe ich schon. Du warst Gastrodon. Irgendwas. Das Mädel in der Mitte habe ich auch angesprochen. Die mit Corazon habe ich auch angesprochen. Habe ich die da oben angesprochen? Habe ich die da oben angesprochen? Ja, ich will kein Chalellos. Ne, ich habe die Nuggets nie ausgegeben. Ich habe genug Geld. Ich glaube, ich werde nie Geldmangel haben. Aber ja, wenn man hier natürlich EV-Training machen will mit Kronkorken und sowas, dann ist es wahrscheinlich sehr teuer. Da war ich. Hier war ich und die wollte nicht und da war ich auch drin. Oder ist Emma die... Ne, die Farbigelfrau heißt nicht Emma. Ne, eben. Emma. Die fährt mich rum. Und du bist der Owei-Kokowai-Mensch. Okay, dann muss ich jetzt noch auf die... Hä, aber... Okay, ich glaube ich war ich... Hier war ich nicht drin. Ah, hier kann ich rein. Du bist Emma. Die schenkt mir einfach ein Aerodactyl. Stimmt. Das habe ich sogar irgendwo mal nachgesehen. Danke. Verkauf dir auch Matratzen. Emma. Könntest du Softresetten? Dieses Aerodactyl. Kann man sicher... Sticker... Ach, danke schön. Kannst du aufhören zu sagen, wann Sticker da sind. Ich muss eh alle Sticker nochmal ablaufen. Es bringt mir gar nix, Sticker einzusammeln. Hier ist auch keine Emma. Aber ich bin doch im Dorf des Seefolkes, oder? Längster Dialog ever. Emma. Emma. Du bist das auch nicht. Aber du bist das auch nicht. Ich nicht verstehe. Das ist das... Moment, ich war oben nicht. Ich glaube, ich kann nicht oben hin. Oben werde ich... Ich werde hier... Nee, ich kann da nicht hin. Emma. 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 Ist das nicht das zerfallene Dorf vor dem Canyon? Stimmt, hier steht es gar nicht. Ja, das ist Canyon. Doch, Dorf des Seefolkes. Das ist schon das Dorf des Seefolkes. Stimmt schon. Ja, du darfst sagen, wo Emma ist. Ich war überall. Egal, wo sie jetzt ist. Es ist unlogisch. Ich habe jeden angesprochen. Im Stahlausboot. Ich habe mit beiden im Stahlausboot geredet. Die Kleine. Ach, die Kleine habe ich nicht gesehen. Es ist das Kind natürlich. Der letzte Gegner ist ein Kind. Danke, Olopoto. Der eine Charakter, den ich nicht gesehen habe. Verdammte Kinder. Immer versauen sie alles. So, das war das Aufwendigste, um ein Z-Kristall zu bekommen. Außer an die Schmerzen. Natürlich. Man hat kein Marshadow. Dann ist das immer einiges schwieriger. Mew ist tatsächlich noch schwieriger. Weil Marshadow kann man zumindest in Gen 7 selber kriegen durch ein Event. Mew gibt es nicht als Gen 7 Event. Man muss in Gen 6 ein Mew haben. Man muss quasi damals in Gen 6 mitgemacht haben. Oder in irgendeinem Mew. Man muss irgendein Mew in dieses Spiel reinkriegen. Und das Direkteste wäre natürlich das Gen 6 Mew. Das in einem Event vorkommt. Wenn man da nicht mitgemacht hat, dann muss man uns in Gen 5 geholt haben. Und so weiter. Mew gab es nie vor Gen 7 als Nicht-Event. Wenn man keins hat, kriegt man nie den Kristall. Außer man cheatet. So, wo war jetzt... Den Namen der Stadt vergessen. Wo ist der Realitätsladen? Avenue Royale, genau. Und Avenue Royale war... Hier? Profi Trainer mit 6. Ey, wenn ich so der erste Champion bin mit 12, dann kann man mit 6 auch Profi Trainer sein. So, Evan, Profi, Evoli, Fan. Willst du mir jetzt jeden Tag einen Coupon geben? Jedes Mal, wenn ich hier reingehe, gibst du mir einen Coupon. So. Dieses Evoli wird bestimmt, wenn es schneller ist als ich und nicht drauf geht, wird es jetzt die Z-Attacke machen. Ich war mit 7 schon Kanto-Champ. Eben! Level 1 Evoli. 57. Wenn das jetzt... Ich glaube, es macht die Z-Attacke. Aber es ist halt weg. Schade. Also ich will ja ein Video machen, wo ich jede Z-Attacke einmal vorführe. Und ich muss mir dann noch überlegen, gegen welches Pokémon ich das mache. Ich will das gegen irgendein lustiges oder seltenes Pokémon machen. Da ist es. Evolium Z. Und das sollten jetzt alle Z-Kristalle sein. Wollen wir mal durchrechnen. Wie viel müssen es insgesamt sein? Z-Kristalle. Steht hier eine Anzahl oder muss ich selber zählen? Also jeder Typ. Das heißt 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18. Plus 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Es sollte 35 geben. Es sollte 35 geben. Wie viel habe ich? Ich habe sie alle. Ich habe sie alle. Alle Z-Kristalle. Alle Z-Kristalle. Alle Z-Kristalle. Ich will ein Video machen, wo ich alle einmal vorführe. Alle Animationen. Natürlich wäre es cool. Also bei den Besonderen ist ja klar, welches Pokémon das hat. Aber es wäre halt cool zum Beispiel für den Unlichtstein auch zum Beispiel das Unlichtmon zu nehmen. Sowas wie Darkrai. Am Endeffekt ist es egal, weil es geht um die Attacke und nicht das Pokémon. Weil das Pokémon ist einfach nur ein PNG, was sich bewegt. Aber trotzdem das Pokémon, das die Pokémon, die die Attacke erhält, das kann ich mir auf jeden Fall aussuchen. Aber es muss halt irgendwas sein, was cool ist, lustig ist. Was vielleicht dumm ist. Sowas wie eine Raupi. Oder es ist jedes Mal so ein kleines winziges Level 1 Raupi, das von einer Ultra-Welten-Zerstörer-Attacke besiegt wird. Oder es ist sowas krasses wie Ultra-Nekrosma. Oder eine Ultra-Bestie. Alola-Pokémon wäre gut bei den Typen. Warum ist dann die Z-Attacke anders? Aber wir haben nicht alle Typen als Alola-Pokémon. Ist die Animation da auch anders, die Musik? Okay, jetzt Surfer-Pikachu. Wie mache ich das Surfer-Pikachu? Surfer-Pikachu. Wenn wir schon in Alola sind? Ja. Ja, das kann ich machen. Also wenn Stahl, dann Sandern. Surfer-Pikachu. So. Im Surfer-Ortsverband in Kantai City, nachdem man die Surf-Rekorde der Montag-Surf-Spiele aller Strände gebrochen hat. Der Pokémon World Festival 2018. Okay, das haben wir verpasst. Im Pokémon Schwert und Schild können alle Pikachu die Surfer-Attacke lernen. Langweilig. Kantai City. Hier. Geschenk. Oh, das trägt einen Goldkron-Korken. Krass. Der Surfer-Ortsverband ist direkt neben dem Pokémon Center zu finden und beinhaltet eine breite Auswahl Artikel zum Thema Surfen wie Surfbrette oder Pokale. Ein Mann im Gebäude möchte jemanden sehen, der an allen vier Montag-Surfstellen Rekorde aufgestellt hat. Schafft man dies und geht zu ihm, erhält man als Geschenk ein Pikachu mit der Attacke Surfer. Bei dem mindestens drei IS auf 31 sind. Warum IS? Heißt es nicht IV? Heißt es IS auf Deutsch? Ah ja. Okay, Kantai City, aber die Surfstellen sind wahrscheinlich woanders. Kantai City. Also die erste Surfstelle ist wahrscheinlich in der ersten Stadt. Kantai City. Hier war ich noch nie. Was ist hier eigentlich? Kale... Kala E-Bucht. Komme ich da hin? Ich sollte wenigstens mal die Karte ganz aufdecken. Kala E-Bucht. Komme ich da hin? Kann ich da runter gehen? Eins war sogar weiblich. Oh nein! Da muss ich da verspeichern. Als Gegner dann Elegator. Delegator, das wäre cool. Aber wie bringe ich einen Gegner dazu, Delegator einzusetzen? Gibt es das überhaupt bei wilden Pokémon als Gegner, dass sie Delegator einsetzen? Du möchtest die... Ich muss durch die Höhle laufen. Um da runter zu kommen. Durch die Höhle hier. Zum Tanzparadies. Das kann nicht sein, die Höhle. Das ist einfach... Ne, hier ist doch gar nichts. Hier war ich schon viel zu oft. Einmal. Einmal. Die Höhle oder... Hier. Wahrscheinlich hier irgendwo. Ist hier eine Höhle? Da ist ein schwarzer Punkt. Hier. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Jetzt ist hier dieser schwarze Punkt. Ein Baum. Räume sind schwarze Punkte. Aber da ist eine Höhle. Da. Wie kommen wir da runter? Steht das irgendwo? Okay, ich soll ein Zobiris zeigen. So viele Leute, die nicht selber nach Pokémon suchen können. Das ist Route 1. Das kann nicht sein, dass ich hier runter komme. Hier ist Brutalander. Dann sind wir schon mal richtig. Aber wie komme ich jetzt da hin? Gegen dich selbst einsetzen mit einem zweiten DS. Das wäre eigentlich... Das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht soll ich das wirklich machen, um die volle Kontrolle zu haben. Einfach selber ein cooles Pokémon einsetzen. Und das dann... In Trainerkämpfen immer die Z-Attacke einsetzen. Vielleicht mache ich das wirklich. Aber hier ist auch nichts. Ich muss jetzt gleich gegen irgendjemand kämpfen, weil ich hier noch nie gegen die Leute gekämpft habe. Hat irgendjemand einen Tipp, wie ich runterkomme? Was ist hier eigentlich? Route 2. Was ist hier eigentlich? Nee. Hä? Wie komme ich an diese Bucht runter? Soll ich einfach schwimmen? Aber da ist keine Verbindung. Es muss hier dieses Loch sein. Ich google. Kalae-Bucht. How to get to Kalae-Bucht. Es ist wirklich bei der grünen, bei der gelben Höhle. Versteckt er sogar im ersten Blumenfeld. Okay. Es steht tatsächlich da, ja. Irgendwo ist ein kleiner Durchgang. Dankeschön. Über die Höhle, wo Cosmog reingelaufen ist. Ist das die? Ich muss durch. Aber ich traue mich nicht. Sollte ein Reittier geben, das einfach keine Pokémon anzieht. Okay. Aber dass ich da nicht... Hier war ich doch und habe alles angeschaut, dass ich da nicht reingekrochen bin. Oder ging es vielleicht noch nicht, dass ich da reingekrochen bin? Aber okay, hier ist gar nichts. Ist das irgendwo, wo ich nichts sehen kann? Hier ist nur ein Bild. Krass. Aber ich habe alle Pokémon im Spiel gefangen. Also alle Gen-7-Pokémon. Das heißt, hier ist nichts super besonderes. Habe ich hier Enteron gesucht? Nee. Weiß aber... Ewiges Eis. Items gibt es halt hier wahrscheinlich. Seltene. Oder... Nicht so seltene. Hallo, Lady. Hallo, Lady. Eine vergilbte Flüssigkeit. Flasche öffnen. An den Finder dieser Nachricht. Meine kleine Schwester wohnt in Lili. Sei doch bitte so gut und überbringe ihr die folgende Botschaft. Liebes Schwesterherz, du kannst dir nicht vorstellen... Blablabla. Bringt es was, wenn ich das mache? Kleine Schwester in Lili. Nee, nicht. Nein, nein, nein. Das Schürfen. Lady, du bist heute ein Rassaf. Was gibt es hier für seltene Items? Ich wette, da ist was. Versteckt. Lügen. Aber das Montagssurfen kann doch nicht so schwer sein. Das ist eigentlich doch alles First Try, glaube ich. Oder muss man da so crazy... ...crazy Tricks machen? Tony Hawk Pro Surfer. Quasi. Mhm. Dr. Pepper ist schon was Feines? Hast du dir einen Dr. Pepper geholt? Ich habe heute widerstanden und habe mir etwas geholt, was viel mehr süße Zuckerscheiße drin hat. Da ist ja nichts hier. Das bringt ja gar nichts. Meisterball. Schönschuppe. Okay. Man muss hier hin. Für die schönen Schuppe. Und der Dude hier? Da war doch ein Dude. Ob sie heute Nacht wieder auftauchen, wenn es dunkel wird? Quabbelt's? Ja, ich denke da automatisch an Quabbel. Geister, Nacht. Okay. Wo finden wir... Das hier sieht nach Surfen aus. Rekord knacken. Drei Rekorde sind es. Es gibt vier Inseln und man nimmt drei Surfstellen. Ich dachte ja, dass wir zwischen jeder Insel surfen müssen. Mussten wir aber gar nicht. Wir mussten nur ein einziges Mal surfen. Wie komm ich da hin? Schlohkraut. Bist du es? Nein. Kann mir irgendjemand coole Tricks beibringen? Herzlich willkommen bei der Surfstelle. Kann ich dir irgendwie helfen? Erklär mir die Kunststücke. Alabus-Schraube sagt Alabus-Schraube. Kapelt aus Sp... Spezial. Die Alabus-Schraube ist ein großartiges Kunststück. Welches Kunststück? Der sagt mir nichts. Ich will die Tasten-Kombi oder sowas. Okay, wo ist denn jetzt hier der Start? Wo ist denn jetzt hier die Party? Ich spiele an meinem DS. Was hat mich verraten? Vielleicht die fünf Zentimeter großen Pixel, die wir hier sehen. Ich will keine GP-Attacke. Ich will jetzt los surfen. Wo ist Surfen-Bird? Hier. Muss ich einfach auf des Mann tags? Und ich kann es nicht als Spiel machen. Ich muss tatsächlich immer hin und her. Der Weichzeichner ist nicht wirklich ein Weichzeichner. Es ist einfach... Okay, rechts, rechts, rechts. Und jetzt? Okay, aua. Blub, 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 blub. Muss ich noch irgendwas steuern? A, B? Muss ich springen? Wahrscheinlich Tantoxas. Cool. Kann man nicht schneller sein? Oh Gott, sind die hoch, die Wellen. Okay. Okay. Okay, so schwer wirkt es jetzt nicht. Außer, es reicht bei weitem nicht, was ich hier mache. Scheiße. Was ist das Loch da? Oh. Wie soll ich... Oh mein Gott. Oh Gott, ist das so langsam. Nein, das habe ich nicht gedrückt. Ich dachte, ich steuere. Ich wollte steuern, aber ich war noch in der Luft. Okay, und was ist jetzt so ein Rekord? Ist das tatsächlich schwer oder muss man das einfach einmal schaffen, ohne einen Fehler zu machen? Easy. Und Zeit spielt auch eine Rolle vielleicht? Wie steht er da? Wie steht er da? Instant Rekord gebrochen. Normal Kurs. Rechts Dreh. Lade Bonus. Ja, okay. Okay, okay. Rekord 9.900 und ich muss 10.000 schaffen? Okay, aber ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt, ohne es zu probieren, wirklich 6.000 geschafft. Und ich habe so viele Fehler gemacht. Okay. Kann ich jetzt einfach direkt zurück? Versuche mal ein bisschen höher und heftiger zu springen. Gischt-Punkte, GP. Kann man ja das gleiche nochmal machen, bitte. Aber ist es jetzt... Ist es dann jetzt eine andere... Ich check nicht, welcher Rekord welcher ist. Also ich muss zuerst wieder zurück, um... Wie unterscheiden die sich? Mehr Hindernisse, weniger Hindernisse? Und das ist jetzt wahrscheinlich eine andere Strecke. Okay, das heißt, sobald ich einmal die Richtung ändere, bin ich wieder langsamer. Also ich muss es schaffen, eine perfekte Kurve zu machen. Aber ich sehe halt auch nicht die Tentachers. Eieiei, kann man irgendwie resetten? Man muss da echt durch. Man kann nicht mal resetten oder so. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache und ich weiß, ich schaffe es eh nicht mehr, dann muss ich den ganzen Kurs machen. Ja, wie soll ich denn Speed aufbauen, wenn dann einfach vor mir was liegt? Wie immer. Glück haben. Oh, hier sind Tohaidos, okay. Karpo oder Spezial? War das jetzt gut? Ja, ich habe, glaube ich, fette Pluspunkte gekriegt. Aber ich glaube, ich kriege das nur, wenn ich was verkacke. Karpo oder Spezial verstehe ich noch nicht. Landebonus. Das Karpo oder Spezial waren, glaube ich, 2000 Punkte. Verschiedene Richtungen gibt mir Punkte. Ja, ja. Aber die Kunststücke sind immer in eine Richtung. Und Karpo oder Spezial war, glaube ich, so hat der Typ das beschrieben, dass ich einen fetten Trick machen muss und dann failen muss. Dann kriege ich den Karpo oder Spezial. Ich will immer schon steuern, bevor ich aufkomme. Die Wellen sehen schon echt einschüchternd aus. Wenn man sich vorstellt, das machen ja Leute wirklich. Wenn man dann diese Videos sieht, wie die in diesen riesigen Wellen einfach verschwinden. Wie zum Teufel. Dann gib mir noch ein Special. Oh, das war's. Das heißt, Karpo oder ist vielleicht einfach rechts, links, rechts, links. Und gar nicht failen. 11.000. Rekord null. Aber was? Was? Und welchen Rekord muss ich brechen? Ach, dann war das mein eigener Rekord vorhin. Hä? Welchen Rekord muss ich brechen? Warum machst du kein YouTube-Content mehr? Ich mache jeden Tag ein Video. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß, wovon du redest. Aber es ist halt einfach nicht richtig. Platz 1, Wellenkaiser 12.000. Platz 2, Big A. Warum steht mein Name da nicht? Ich war doch gerade über 10.000. Warum steht da mein Name nicht? Hey. Ich veröffentliche ständig YouTube-Videos. Es sind nun nicht die, die du sehen willst. 12.000... Achso, weil ich jetzt auf einem anderen Strand bin. Oh. Man wechselt dauernd den Strand. 12.200 muss ich jetzt knappen. Okay. I got it, I got it. Das heißt, Vierer ist die K-Border-Sache. Das muss ich schaffen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Also jetzt. Ich glaube nicht. Ich habe auch fette Angst. Zu Recht. Bei OF bin ich auch sehr aktiv, ja. Nee, Avram, du meinst meinen Twitch-Content. Den mache ich schon lange nicht mehr, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Hast du ein Thema, über das ich reden könnte, dann sag es. Aber mir fällt nichts ein, über was ich reden könnte. Deswegen mache ich da nichts mehr. Ja, das war K-Border-Spezial. Okay, ich habe es gecheckt. Wie er so leicht flattert, das K-Border-Spezial. Ich kenne es mich noch von da, deswegen. Alles klar. Ich weiß, ich weiß. Deswegen dachte ich, ich weiß ja. Ich kriege die Frage immer wieder. Aber es ist leicht irritierend immer, wenn ich mir dann denke, ich mache fast täglich ein Video irgendwo. Kann ich so irgendwie Speed aufbauen? Das sind niemals 12.000 Punkte. Nice. Das heißt, am Ende kann ich richtig verkacken und ich kriege trotzdem die Punkte. Ich habe dreimal Karpador gemacht, das allein sind weniger, als ich hatte. Was? Ich muss 12.000 schaffen. Der letzte Strand ist heftig. Was ist denn der letzte Strand? Hast du einen Tipp, General? 59.000 Punkte? Wie lang ist der Strand? Hier brauche ich mehr als 27.000? Hä? Aber dann muss es doch irgendwelche Tricks geben. Gehen wir mal zu Ula Ula, da war ich vielleicht noch nicht. Kann ich mich irgendwie... Kann ich mich irgendwie hinsetzen, um schneller zu sein? Kann ich irgendeine Taste drücken? Was? Das ist halt Quatsch. Das Nervigste ist, dass ich jetzt nicht einfach neu starten kann. Ich muss jede Runde zu Ende bringen. Das ist doch... Schau, ich will jetzt schon nicht mehr und ich kann nichts dagegen tun. Oder kann ich irgendwas drücken? Ich meine, ich kann speichern und dann einfach den Spielstand neu laden. So muss man das machen, ne? Aber wir müssen üben. Ich weiß zwar nicht, was ich üben soll. Jetzt verstehe ich, warum ich nichts von deinem anderen Account weiß. Weil es Pokémon ist. Kann keinen Tipp geben. Gucke zu. Genieße, dass ich diesmal nicht derjenige bin, der gequält wird. Aber ich will doch einen Surfer, Pikachu. Da gibt es irgendeinen besseren Trick als die Carpador-Ding. Der nicht mal aufgelistet ist bei den Kunststücken. Ja, und dann kommt so Heido und du kannst nichts dagegen tun. Ja. Wie soll ich denn Speed aufbauen? wird egal, weil ich kein Problem mehr sagen kann. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Was soll ich jetzt mal nicht? Also, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's mit's und bin's. Ich bin's. wahrscheinlich plus 800 heißt es umso mehr abwechslung ich reinbringe desto besser ist es 1000 das heißt die ganze zeit kapador ist schlecht ja es ist irgendwie jedes mal eine andere punkte schlecht mit einer ein hindernis und ich kann eigentlich von vorne anfangen warum so schwer 11.000 17.000 24 war glaube ich der rekord hier es ist auch einfach also mich stört das mini spiel an sich noch nicht mich stört dass es so unzugänglich ist ich will einfach die vier routen auswählen und da die rekorde sehen und meinen rekord und dann machen aber es ist so ich musste dem ich musste den schalter gehen ich muss da wieder zurück ich muss checken auf welcher insel ich gerade bin es ist einfach nicht wie mini spiel gemacht alles außenrum ist super nervig so weil hier ist jetzt 43.000 ja das hier ist 43.000 wir haben gerade zwielicht ich muss mein war mit so eine stunde zeit aber ich gehe kurz ein level machen auf mein volverock wenn man alle rekorde bricht bekommt man ein surfer pikachu heutzutage ist ein surfer pikachu nix mehr besonderes weil jedes pikachu surfer lernen kann aber damals war das noch sehr speziell weil naja pikachu kann kein surfer lernen also damals konnte es kein surfer lernen warum ball gibt es hier das hatte ich ja noch nie und ich war ja schon echt viel jetzt weita wow nice und was ist noch nichts wieder ich was war doch 26 Ist vielleicht die Ist vielleicht der Himmel egal Und die Uhrzeit ist wichtiger Also es ist noch eine Minute bis Zwielicht Genau genommen Aber der Himmel ist schon orange Schanera Hier kann man grinden So viele Level grinden Wahrscheinlich reicht ein Schanera Oh Gott Meine Partnerin hat in Hardgold mit dem PokéWalker Ein Surfendes Pikachu und ein Fliegendes Pikachu bekommen Das war so ein Pain Ja ich glaube das ist der heilige Gral dort oder So viel gehen und so sehr hoffen Dass irgendwann das seltene Fliegende und Surfende Pikachu auftaucht Ich habe nie PokéWalker gespielt Benutzt Ich habe nie einen besessen auch Aber das ist schon Das klingt schon Das klingt schon geil So warum entwickelst du dich nicht Ruffels Ruffels auf Level 25 Zwischen 17 und 17 und 59 Es kann sein Ja doch Ich spiele Ultrasonne Aber der Spielstein ist Ultramond Aber habe ich das nicht letztes Mal auch so entwickelt? Oder war da der Emulator dann dran schuld Dass es verkehrt herum ist? I do not get it Ich probiere es jetzt noch einmal Weil jetzt ist es genau genommen Eins nach fünf Ich spiele Ultrasonne Aber der Spielstein ist von Ultramond Hat es noch das Glückskind? Du meinst das Glücksei? Nein Das ist aber auch egal Space Sushi Bist du noch da? Du bist ein Burmi Ah ok Es war wirklich die Uhrzeit Der Himmel ist egal Der Himmel hat sich schon vor 5 Uhr verfärbt Aber der Kampf Oder Ja der Kampf Wo man das Level bekommt Muss nach 17 Uhr passieren Die nehmen das ja sehr genau mit der Uhrzeit Aber das Spiel selber nimmt es nicht so genau Ok Jetzt habe ich wirklich alles Jetzt habe ich die sogar doppelt Gut Dann Also entweder machen wir jetzt brutal Ich probiere noch ein bisschen zu surfen Aber ich glaube ich muss mir YouTube Videos anschauen Mit irgendwelchen Tipps Es gibt bestimmt Tipps beim Surfen Aber ich kann mir noch nicht vorstellen Wie ich 48.000 Punkte sammeln soll Gibt es hier diese Bucht? Hier ist auch eine Strand von Pony Wie du spielst UM Hast du auch Lunala bekommen? Nur die Zeit ist buggy Jaja Trotzdem Gab es Sachen die buggy sind 58.000 Alter Wie? Wie? Wie lang ist dieser Ritt Dass man so viele Punkte sammeln kann? Bist du allein nach Irland gezogen? Oder wie kommt man dazu? Meine Partnerin hat einen Job hier gekriegt Und dann sind wir ausgewandert Was ist das für ein riesiger Loch? Oh mein Gott Da ist einfach ein Vylord Wie soll man denn hier? Wie? Ich check die Geschwindigkeit noch nicht Wie baut man Geschwindigkeit auf? Weil jetzt wird es hier 3.000 3.000 Warum habe ich jetzt 3.000 gekriegt? Und das waren 800 Ja wie soll ich den Singern ausweichen Wenn ich nicht mal sehe wo sie sind 700 Was ist die Logik? 1000 Ja wie denn? Wie baue ich Geschwindigkeit auf? Das ist so ein Dreck Das waren voll wenige Punkte Dafür dass ich die Carpetausschreiber gemacht habe Wieso genau spielst du das jetzt? Wegen Surfer Pikachu? Ein einzigartiges Pokémon Hast du das etwa nicht gemacht? Hast du kein Surfer Pikachu? Ey Das ist ein Vieh Oder kann ich den einfach ausweichen? Schau ich denke mal Gibt es eine Methode Um irgendwie so sauschnell Geschwindigkeit aufzubauen? Nee Oder hier Wenn der Wind gelb ist Hast du maxi Geschwindigkeit Und kannst Tricks machen Und dann darf ich nie failen Die ganze Zeit zickzack Also sooo 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 Das ist noch ein dummes Pika Was will ich damit? Das ist kein dummes Pika Es ist ein Pika mit Surfer Es gibt nur eine Handvoll von Pikachus Die Surfer können Und es ist tatsächlich Eine schwere Herausforderung Wir beschweren uns Dass die Spiele so einfach sind Und dann machen wir Die schweren Sachen nicht Das ist cool mit Vylord Du hast halt keine Zeit Die Geschwindigkeit aufzubauen Ja Du kannst halt nicht ausweichen Du kannst halt nicht ausweichen Das habe ich nicht gemacht Ich habe nicht gedrückt Ein drittes Mal Mein Problem ist Ich habe auch einen leichten Drift In meinem DS Stick Jeder Pika kann mittlerweile Surfer lernen Aber nicht in Gen Z Du kannst nicht wegreden Dass das kein besonderes Pokémon ist Ja shit Ach Gott Mich nervt am meisten Dass ich jedes Mal Dann an einem anderen Strand bin Und ich komplett die Übersicht verliere Wo jetzt eigentlich welcher Rekord ist Komm ich werde doch diese Wenigstens Ich will wenigstens jetzt Diesen allerersten Strand Da will ich jetzt Einen Rekord machen Es ist besonders umständlich zu bekommen Und somit ist es besonders Die kann nicht Wie soll ich denn Wo soll ich denn hinsteuern Wenn Wenn es einfach In meinem Weg ist Aber jetzt bin ich nicht mehr gelb Da halte ich das gelbe nicht Das ist voll gemein Und Tentara Das ist sogar leicht rot Krass 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 wie hoch man kommt Krieg ich wenigstens die Punkte Oder bin ich nur ausgebremst Nein Nein So ein Dreck Ich soll nur ausgebremst sein Das heißt Der letzte Trick kann tatsächlich Komplett übertrieben werden Weil ich dann eh in der Ziellinie lande Also so Home hört sich auf Habe mal auf Home geschaut Habe meins nicht mal mehr Macht mich jetzt traurig Du hast eins nicht mal mehr Aber halt den Surfer Wenn man halt vor Gen 6 Ein Surfer Pikachu bekommt Verliert es halt den Surfer Weil du VMs nicht übertragen kannst Aber Gen 6 Gen 7 Dank Bank Verliert es den Surfer halt nicht Aber auf jeden Fall habe ich den Rekord hier gebrochen Um 6000 Punkte Wenigstens eins Sagt der jetzt was? Einen neuen Meister Okay Ich habe so viel verkackt Und habe trotzdem den Rekord hier Geschafft Aber das ist auch das erste gewesen Hat es denn ein Band Oder ein Entspannende OT? Es kann Surfer Was verstehst du daran nicht? Ähm Wo war das? Ich habe es wieder weggemacht Ähm Achte Generation Siebte Kantai City Es hat einen goldenen Kronkorken Und Hat Sonst nichts Es hat Drei perfekte LVs Aber ne Es hat Es steht keine OT da Ich schätze mal Dass es einfach deine OT bekommt Und Ball steht auch nicht da Also ich schätze es ist ein Pokéball Fähigkeit Statik Es ist die versteckte Fähigkeit Wenigstens Ne 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 Es ist nicht mal die versteckte Fähigkeit Du hast das Kunststück Lantorn 360 erlernt Oh ich kann es Ja Okay Also ich kriege neue Sachen Um Punkte zu generieren Biest Du bist ein Karadonis Oder wirklich Nur Surfer Warum findet ihr das jetzt wieder nicht besonders Ich finde es Ich finde es das Besonderste Im ganzen Spiel Neben den Herrschern vielleicht Aber die Herrscher sind halt traurig Weil du nicht alle übertragen kannst 27.000 Okay aber ich kenne jetzt eine neue Ein neues Kunststück Das Pikachu aus dem Intro der gelben Edition konnte auch Surfer Du kannst auch in Pokémon Gelb ein Surfer Pikachu haben Äh das war aber ein Event Aber in Pokémon Stadium kannst du auch eins haben Nur Die verlieren halt Die VM leider Weil das so alte Gens sind Wie ist das Lantorn Hoch Runter Hoch Uiuiui Sieht ja schon geil aus Ach dann gibt es sogar noch goldene Kunststücke Alter Wie soll ich denn Geschwindigkeit aufbauen Cauch Oh, come on. Warum? Warum gibt es nicht so knappe Sachen, die dann extra geil sind? Da komme ich durch. Hoho. Alter. Pingpong. Pinball. Hallo Tigrisa. Come on. Ich glaube, wirklich nur auf der letzten Stage muss man so perfekt sein, oder? Hoffe ich. Warum verlierst du denn Speed? Ich kann halt auch nicht speeden hier. Relaxo. Wieso ist dieser Sternschnuppe, die dann kommt einfach? Schon wieder als Sternschnuppe, das ist so übertrieben. Nein. Da kann man halt echt nichts machen. Oh Gott, den hätt's mir geben können, Spiel. Den hätt's mir geben können. Das ist die Ziellinie. Ja. Komm schon. Da geht noch was. Da geht noch was. Och, nö. Die Entwickler von Final Fantasy haben zu viel Usum gespielt. 30.000. Schau mal, wie viele Fehler ich gemacht habe. Ich renne da jetzt durch. Ich habe es langsam gecheckt. Der Trick mit dem Hin- und Hergehen ist voll gut. 30.000 direkt neuer Meister. Ich muss auch leicht aufs Klo. Das ist so ein leichter Druck, den man dann hat. Du hast das mal gemacht, um Punkte zu sammeln. Eben, dann musstest du dir wahrscheinlich nur abholen, das Pikachu. Jetzt gibt's den Primarin-Flip. Okay. Von Funny Frisch. Ist das schon... Wie viele Routen gibt's? Drei oder vier? Ähm... Alle vier. Okay, weil das ist, glaube ich, nicht Pony hier. Das ist Ula Ula. Und Pony ist 57. Genau, das hier ist das dritte. Und Pony ist dann das mit 52 oder sowas. Aber 43.000 klingt halt echt unmöglich. Aber nicht mit Primarin. Der Primarin-Flip ist runter, runter, runter. Okay. Der Primarin-Flip. Es geht halt nicht. Schaffst du easy? Easy? Vielleicht nicht. Vor allem, wenn er so ein dummes Tohaido wartet. Zeit für einen Relaxer. Nein. Kannst nix machen. Du brauchst echt viel Glück, dass das einfach nicht passiert. Oh, wunderschön. Wunderschön. Oh, komm. Also manche ist das Spiel ein bisschen zu genau. Ich bin doch tot. So ein Dark Souls Game Over Screen. Wie, 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 wie soll ich durch diese Barrikade an Tentaras durch? Cool. Cool. geh hoch das ist ein Tachamon ich will zwei noch schaffen keine Zeit oh komm jetzt kommt wieder die Monsterbarrikade hier wo man einfach nichts machen kann einfach gar nichts ich würde gerne die Punkte sehen die ich jetzt schon habe was einfach nur gewartet bye redface gehst du in Urlaub was für Urlaub viel Spaß im Urlaub das Ende noch einen fetten zum Ende ich habe keine Ahnung es können sauviele Punkte sein oder nicht ansatzweise also es tut mir leid bis jetzt ist es überhaupt nicht schwer 52.000 Punkte so viel brauche ich auf der letzten oder riesen Nugget was kriege ich für die Gischtpumpe wenn ich da so Sachen Stammy Tornado geil so 10er Combo kriege ich dafür was kriege ich dafür kriege ich dafür so Gold Kronkörper die ich nicht brauche so 58.000 let's go dafür bekommst Entzündungen an deinen Gelenken die Gicht ja jetzt haben wir schon was schweres Dave das können wir nicht ignorieren halt das in deinem Kopf gerade du deine Hand reicht langsam zum DS oh nein ok 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 wie geht's Dami rechts 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 hoch crazy wunderschön wunderschön so muss das sein machen wir noch ein Relaxer erstmal alles einmal damit die weg sind dann mache ich noch ein Stammy und machen wir prima reden ja ich ich sehe gar nicht wann die Welle kommt so weit hoch bin ich ok zählt das trotzdem als Lantornflip ich glaube das war noch ein Wann Lantornflip achso du meinst weil es so einfach ist weil ich gerade gesagt habe es ist einfach ja aber es ist nicht so einfach ich bin nur saugut einfach ich bin so daran vorbei das kann doch eigentlich nichts mehr werden Stammy Tornado da ist echt schön aus ja cool was was piept da so im Hintergrund es macht zwischendrin so Blick 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 Profi Gamer ich habe noch nie jemanden so gut auf deinem Montag surfen sehen danke neue Profilbeschreibung bester Montag surfer ein ganz ula ula ja es ist unmöglich ich komme nicht mal rum oh wie denn oh so gemein ok jetzt wird es echt nichts mehr es ist gleich vorbei aber wenn das allein jetzt irgendwie 40.000 sind dann ist es nicht schwer dann muss ich nur einmal Glück haben dass die Gegner mich nicht fertig machen aber da ist es so gemein Toheido ist cool Toheido ist so eins von den Shinies die bei mir so ein Luck waren und das werde ich nie vergessen ich bin vor allem Toheido in so einem äh in Schwert und Schild weggelaufen und es hat mich aber noch eingeholt boom shiny ich so okay ich verzei dir ich komme ich kriege keinen Speed mehr das ist das Ende oder ja ja also ich kriege keinen Speed mehr muss vergessen das ist schon wie es war trotzdem sau viele Punkte glaube ich und es sind 33 okay aber ich habe die Hälfte der Zeit nichts machen können ich muss kurz auf die Toilette dann ist zwar der Druck weg aber vielleicht geht es dann besser du die du bist dein Ammonitas und Robobob Robobob du bist dein Ladybar so das nervige ist ich muss jetzt irgendwo hin wo ich wieder hier hinkomme das heißt ich schätze es ist einfach der Pony Strand also hier dort ist keine Pokébälle und konntest deswegen deinen shiny Toheido gar nicht fangen ja ich bin richtig okay ach komm wir haben das gleich das ist nicht so schwer wir kriegen das gleich hin das ist nicht so schwer hä es ist wieder ich steuere kurz bevor ich aufkomme und dann zählt er das als Trick alter wie denn halt f okay Ich schaff nicht mehr zwei hintereinander. Wenn wir die Kriegs auch länger brauchen, oh nice, da waren sie. Nicht getraut, verdammt. Solange ich nach oben geballert werde, ist es okay, weil dann kann ich wieder Speed aufbauen. Aber unten ist gemein. Nice. Ja, Arschloch. Ja, Arschloch. Ja, Arschloch. Ja, Arschloch. Oh! Was war das? Haben wir da Spezial? Okay. Ich würde sagen, es läuft nicht so schlecht. Oh, der andere. So gut. Nee, 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 nee. Amokaste. Leberkras. Da hätte ich jetzt auch Bock. Und da stehe ich. Oh, ich habe die Linie nicht gesehen. Es gab keine Linie, die ich fahren konnte. Ah, du Sau. Oh Gott, letzte Ecke, so erwischt man dann noch. Okay. Das ist, was destroyed. Nein wir teilen, die sind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott! 영 Choriasjärgäli. Oh Gott. Oh Gott. ja das hätte ich werde ich jetzt noch mal was machen sollen ramex du bist ein meter groß und das hier sind ich sage 45.000 punkte 60.000 easy fertig server pikachu also wer auch immer folge sagt dass es schwer ist tut mir leid es ist nicht schwer was soll ich sagen das war der dritte versuch von dieser man muss einfach nur die nacheinander machen damit man die kunststücke freischaltet easy piece ist aber echt nicht schwer du bist noch supergut was soll das sonst über mich aussagen es tut mir leid supergut ich weiß nicht supergut war ich jetzt nicht man kann ich habe so viel fehler gemacht also resetten wenn man fehler macht ist übertrieben würde ich nicht machen ok kann ich das jetzt mit den punkten holen oder ouch ist so beleid also attacken kann man damit beibringen ok und wer gibt mir jetzt pika pika ich sollte trotzdem speichern weil wenn ich jetzt ein weibliches kriege möchte ich das resetten weil das weibliche hätte wahrscheinlich sogar eine andere eigentlich bräuchte zwei wegen ne wo steht das im surfer orts verband direkt im pokémon center ja wo ach so die stadt ist kantai ok kantai hätte gesagt wohin ja ich lese doch nicht ja das mit dem am anfang speed aufbauen nur so schafft man es würde ich sagen hier ich glaub das ist es kann man das shiny resetten ich guck kurz das ist nicht in der liste shiny surfer pika klingt eigentlich geil bananenritter hallo dankeschön für sieben monate danke danke wenn ja dann full odds ja das sowieso also hier ist es nicht aufgelistet ist surfer pikachu in uson shiny lockt also hier hat es einer da steht nichts von mods ich mach mal kurz ein hard safe hier our mismos supreme hat es mal gedroppt taylor nee nicht trailer der ist ihr eigentlich nicht taylor Surfer Pika Okay. Ich bin der Wellenkaiser. Ach, er war der Wellenkaiser. Wo kann man sich Usum vertrauenswürdig anschaffen? Überall. Ich glaube, niemand macht Fakes von Usum. Also sehr wenige. Glaube ich. Ist das weiblich? Achso, du siehst es am Schwanz. Ich wollte gerade auf Spitzname gehen. Okay, okay, okay. Wir haben sowieso ein Backup. Wer Usum faked, hat ganz andere Probleme. Ja, Usum ist jetzt wirklich kein so ein seltenes Spiel. Deswegen, glaube ich, findest du davon keine Fakes. Aber guck dir einfach an, wie Fake DS-Spieler aussehen. Und dann geh sicher, dass sie nicht so aussehen. Es gibt keine dokumentierten 3DS-Fakes. Echt? Das ist auch weiblich. Hm. Wenn es jetzt dauernd weiblich ist, dann habe ich Angst. Usum war damals als großer Leak eine Woche vor Release als ROM verfügbar. Ja, das kann gut sein. Aber die Kunst, ein Spiel zu faken, ist nicht die ROM, sondern die Hardware. Männlich. Okay. Ja, ja, das kann beide Geschlechter haben. Der hat mir noch ein Kunststück beigebracht. Das müssen wir jetzt nicht auschecken. So, jetzt schauen wir mal kurz dieses Pikachu an. Aber es ist wahrscheinlich nicht so besonders. Dieser Aerodactyl ist auch nicht sehr besonders. Gold, Kronkorken. OT, Leo. Eigentlich eine coole OT, die ich habe. 620, 661. Und Kantai City, Forge, Level 40. Im Pokéball, männlich. Aber es kann Surfer. Und es ist das Surfer-Pikachu 1. Also, ich würde sagen, das Surfer-Pikachu ist das aus Pokémon Gelb. Aber es ist das Surfer-Pikachu aus Alola. Okay, okay. Dann bleibt jetzt echt nichts anderes übrig, als Brutalander zu machen. Beziehungsweise die ganzen hässlichen Sticker zu sammeln. Wie machen wir das? Brutalander. Hi, Bananenritter. Dankeschön. Ich tue mich halt mit dem Surfer-Pikas schwer. Am Ende ist es nur ein Pikachu, was Surfer kann. Ja. Also ich verstehe nicht, warum ihr das nicht besonders findet. Weil Pikachu kann keinen Surfer. In Gen 8 kann es Surfer. Aber Surfer-Pikachu ist schon immer ein besonderes Pokémon. Es gibt extra Trading-Cards dafür. Es ist aus Pokémon Gelb, wo es ein Event gab. In Pokémon Stadium gab es ein Event. Pikachu holt ein Surfbrett raus bei der Attacke Surfer. Und surft auf einem Surfbrett, während Raichu seinen Schwanz zu einem Surfbrett macht. Und darauf reitet. Surfer-Pikachu ist ein besonderes Pokémon. Aber wenn ihr das nicht besonders findet, dann ist es ja okay. Aber ihr könnt nicht den Fakt ignorieren, dass es besonders ist. Es ist besonders. Sonst gäbe es nicht eigene Lore um Pikachu mit Surfer rum. Ich finde es traurig, dass sie ab Gen 5 es nicht mehr besonders machen. Aber es ist ein besonderes Monat vor Gen 5. Route 3. Ja. Da, wo wir waren. Stimmt. Route 3. Brauche ich noch irgendwas? Zitter-Obs habe ich genug. Kindwurm. Hohes Gras. 1% dass überhaupt Kindwurm kommt. Und dann ruft es ein Brutalander. Wir müssen aufpassen, dass das Kindwurm nicht sich umbringt mit der Zeit. Aber da würde ich einfach die Kindwürmer tauschen. Ich will halt auch ein männliches Brutalander. Wobei es wäre mir eigentlich egal. Ich will es im Pokéball fangen. Aber es muss nicht unbedingt männlich sein. Aber es wäre cool, wenn es männlich ist. Die einzige Möglichkeit, um sicher zu gehen, dass es eher männlich ist. Erstmal kurz gucken. 50-50 ist Kindwurm, ne? Ja. Eine Sache, um sicher zu gehen, dass es männlich wird. Oder zumindest zu 76% anstatt 50%. Wäre natürlich, Knuddeluff an erster Stelle zu haben. Und auch mit Knuddeluff zu kämpfen. Kindwurm selber hat ja ein sehr schwaches Level. Weswegen ich wirklich Parasect benutzen könnte. Und Parasect könnte auch sehr schnell drauf gehen. Aber Kindwurm kann eigentlich nichts Feuermäßiges. Vor allem nicht auf Level 9. Aber Moment, nein. Also ja. Okay, also das Problem ist, dass wenn ich Knuddeluff an erster Stelle habe, dann erscheint immer das Pokémon zu 67% von dem gegenteiligen Geschlecht von dem, was gerade im Kampf ist. Das heißt, ich kann Knuddeluff an erster Stelle haben, damit Schambolzen wirkt. Aber könnte dann auch mit einem weiblichen Parasect. Oder war es genau andersrum? War es genau andersrum? Ne. Ich könnte dann mit einem weiblichen Parasect die die ganze Zeit besiegen. Damit es trotzdem gilt. Aber ich will mir nicht extra ein Parasect jetzt holen. Schambolzen. In einem Quersteigerkampf muss das Pokémon mit Schambolzen das kämpfende Pokémon sein. Damit sich Schambolzen auf das zur Hilfe gerufende Pokémon auswirkt. Des Weiteren wird nicht das jeweils andere Geschlecht des Schambolzen Pokémon auf das helfende Pokémon übertragen, sondern das Pokémon, das außerhalb des Kampfes an der Spitze des Teams steht. In einem Quersteigerkampf muss das Pokémon mit Schambolzen das kämpfende Pokémon sein. Ja. Also damit sich Schambolzen auswirkt, muss Schambolzen im Kampf sein. Aber das Geschlecht, auf das es sich auswirkt, ist das vom ersten Pokémon. Das heißt, wenn Knuddelhoff an erster Stelle steht und Schambolzen hat und im Kampf ist, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein männliches Brutalander kommt. Knuddelhoff ist jetzt aber nicht das Beste, um gegen... Aber ich kann es ausprobieren. Vielleicht ist hier irgendeine Attacke von Knuddelhoff so schwach, dass sie... Es kann ja kein Trugschlag leider lernen. Dass das funktioniert. Flammenwurf. Du willst mir sagen, Kindwurm kann auf Level 9 schon Flammenwurf? Okay, aber ich kaufe noch ein paar Beleber. Dass, falls... Mein Parasek oder mein Ding gekillt wird währenddessen, dass ich... Die wieder beleben kann. Ich glaube, du findest zuerst ein Shiny. Niemals. Okay, dann auf zur Route 3. Achso, ich soll Flammenwurf einsetzen. Ja, ja, ja. Aber ich bin trotzdem dreimal so stark. Aber wir schauen mal. Hier. Es war schlecht im Wellensurfen. Darf wir jetzt um ein Shiny Heat ran reicher? Nice. Wo hast du dir das geholt? Hallo Gengar-Fan. Hast du genug AP-Items? Wofür? Ich mein... Nee. Ich mein, ich weiß wofür, aber... Ich... Ah, ja stimmt. Ich muss die ganze Zeit Attack machen. Ein Äther. Ein Top-Äther. Ein Elixier. Zwei Top-Elixiere. Es sind ein paar. Ich werd definitiv speichern. Und dann immer wieder, wenn das alles leer ist, hab ich die Items wieder. So, wo ist jetzt aber Route 3 Gras? Das hier. Bin ich auf Route 3? Oder ist sie erst nebendran? Ja, das ist Route 3. Okay. Erstmal muss ich eins finden. Das ist das Nervige. Erstmal muss ich eins finden. Und dann muss ich gucken, ob das mit Knuddelhoff funktioniert. Ich mein, ich könnte auch Knuddelhoff direkt jetzt schon eine sehr schlechte Attacke beibringen. Aber sie sollte halt perfekt so sein, dass ich mit einer Attacke es zumindest in den gelben Bereich bringe, dass es eher Hilfe ruft. Ich mein, ich kann ja am Anfang Trugschlag machen. Und dann Knuddelhoff wieder zurückholen. Die Wahrscheinlichkeit ist noch nicht mal so viel besser mit Knuddelhoff. Sie ist von 50% auf 67%. Aber wenn es dann nur noch 1 KP hat, kann ich halt Knuddelhoff rufen, damit das Butterlander eher... Und Knuddelhoff hält eh alles aus. Und damit mit Knuddelhoff muss ich dann immer nur das andere wegballern. Das geht schon. Potenzial killt sich ja eh das Kindwurm selbst. Ja, aber einfach nach einer gewissen Zeit werde ich das andere Kindwurm benutzen und es hat dann wieder volle AP. Ich muss in das Gras im Süden? Echt? Steht das hier? Südlicher Teil. Du hast vollkommen recht, da steht südlicher Teil. Olopoto, dankeschön. Ich habe Verox vertraut. Aber Verox. Weiß es doch selber nicht. Hast du das nicht erst... Nee, du hast es gar nicht gesucht, Verox, oder? Ja, du musst doch immer die neuen umhauen. Ja, aber ich kann auch das alte umhauen. Hier? Hier? Hier besser? Ja, hier. Ich muss nicht das neue umhauen. Ich kann auch das alte umhauen und dann ist das neue, bleibt da. Ich muss noch nicht mal einen neuen Zilter-Op werfen, weil der Zilter-Op gilt für das ganze Feld, komischerweise. Und dann hat das neue, steht da und ruft weiter Kindwurms. Und hat aber wieder volle AP. Oder man macht es natürlich mit einem Tromborg oder irgendeiner reichen Ernte. Aber man kann auch, wenn man Angst bekommt, einfach das alte Kindwurm killen. Wommel. Heute kommt wieder der Handwerker. Weil er gestern ja nur eins von den beiden Steckdosen gerichtet hat. Also jederzeit kann es wieder klingeln und ich muss euch alleine lassen. Du musst das Pokémon doch schwächen, sonst rufen sie keine Hilfe. Das ist mir schon bewusst. Wer sagt denn, dass ich das nicht schwächen will? Dann gibt es wieder Klipse. Du weißt, dass diese Klipse alle auf YouTube sind. Die kann man alle in der Playlist einfach Autoplay hintereinander anschauen. Und du Bock hast auf Klipse. Das sind sogar mehr, glaube ich. Aber ich habe nicht alle in der Pause. Da bist du zu faul für. Ah ja. Aber manche bitte noch meine Fusion, bevor der Handwerker kommt. Wann hast denn das gemacht? Vor 52 Minuten. Sag doch was. Bist du jetzt glücklich? Bist du glücklich? Mit dieser Schande? Kill it. Hork. Ach. Inga ist ja schon schlimm genug. Habe ich doch, aber du bist Meister im Ignorieren. Okay, lass mich auf deinen Namen klicken, wann du das gesagt hast. Du hast gesagt, 17.05 Uhr hast du es gemacht und dann direkt gesagt, meine Damen und Herren, hier sehen Sie die beste Pokémon Fusion ever. Und danach hast du nie wieder erwähnt, dass du die Fusion gerne hättest. Ah doch, du hast einmal gesagt, haben wir noch eine Pokémon Fusion. Und dann hast du nie, aber dann hast du es nie wieder, okay, du hast es einmal gesagt. Äh. Über eine Frage. Was ist mit deiner Frage, Lady? Was hast du gefragt? Aber ihr könnt auch, wenn ihr, wenn ihr irgendwas in dem Moment macht, wo ich gerade konzentriert bin, wie beim Montagssurfen, dann ist doch klar, dass ich das nicht sehe. Neue Fusion, neues Glück. Willst du mir auch nicht auf den Sack gehen? Ja, das ist immer ein schwieriger Wandergrad. Hallo, Lurky. Hey, was ist das? Ist das Anton? Was ist das? Achso, das ist Riolu? Was ist das? Was ist das? Kann nicht Riolu sein. Das ist alles Gen 1. Ist das Anton? Das muss Anton sein. Gengar und Anton. Lurky, du bist ein Zwirrfinst. Mew? Ne. Ihm geht es gar nicht gut. Aber das sieht leicht lustig aus. Also wenn Kindwurm Level 9 ist, hat es anscheinend 75 AP und bis Level 12 sogar 100 AP. Das sind wohl ein paar Hilferufe, die ein Kindwurm machen kann. Schon, oder? Aus welchem Spiel sind denn die Sprites für die Fusion? Es steht in dem Bild, was kommt. Das ist Pokémon Infinite Fusion heißt das Spiel. Infinite Fusion. Das hier. Wer ist das Pokémon? Wer ist das Pokémon? Nogga Tank. Oder Tragosso Tank. oder Ampharos, Tentoxa, hat Ampharos, hat was? Nee, Raiku? Hä? Was für ein Pokémon hat diese Metallringe? Hypno! Oh, das ist cool. Das ist cool. Gleich kommt's, keine Angst. Bin mir nochmal sicher, dass alles stimmt. Route 3. Kindwurm. Hohes Gras. Tagsüber und nachts. 1% südlicher Teil. Usum. Was ist das? Glurakok. Gluragok. Lorak. Lorak. Gluragok. Was ist eigentlich Logok? Gockel und Lo? Lodernder Gockel. Ah. Mensch, die sind so kreativ. Kleinstein. Okay, okay. El Matador. Nee, El Vresslador. Wie heißt die? Matador sind die mit den Stielen. Okay. Gibt es in Gen 7 keine Kräfte, die man einsetzen kann für erhöhte Beginnungschancen? Gute Frage. Luchador heißen die, genau. Also ich habe hier ja so komische Pokédex-Dinger. EP-Bonn. Schutz-Bonn. KP-Bonn. Statuswerte-Bonn. Fang-Bonn. Nö. Also vielleicht gibt es noch welche, die ich nicht habe. Welche Bonds gibt es denn alles? Keine Bonbon. Keine Bonbon. Rotomat. Rotom-Kräfte. Hier. Brut-Bonn. Schnäppchen-Bonn. Preisgeld-Bonn. EP-Bonn. Freundschafts-Bonn. Lock-Bonn. Dieses Rotom-Kraft bewirkt das wilde Pokémon mit Rotom-Kräfte. hohem Level häufiger erscheinen. Aber wir brauchen das Gegenteil. Wir brauchen niedrige Level. Schutz-Bonn. KP-Bonn. AP-Bonn. Statuswerte-Bonn. Fang-Bonn. Und ich glaube, das sind diese Sandwiches quasi in Gen 7. Jurgen. Aber gute Idee. Auch für hohe Level. Aber nicht für seltene Pokémon. Fang-Bonn hättest du mal bei der Ultra-Bestie einsetzen können. Wir dürfen das doch nicht verfälschen, das Ergebnis. Faul Gott, das warst du. Ah, was ist das? Oh. Stoloppa. Galos. Galopos, Galapagos, Stolos, Stoloppa, Galos. Odin? Odin ist immer Elektro. Ah, was ist das? Quickel. Oder sind das die Augen? Das sind, glaube ich, sogar die Augen von... Vielleicht auch Mammothel. Sieht aus wie Wukong. Das war Wukong. Warum werden Mänkis Augen dauernd rot und schwarz? Haha. Okay. Gut gemacht. Zitter nicht. Okay, das ist keine schlimme Attacke. Dann wechsle ich es rüber. Ich meine, kann es irgendeine Attacke, wo es sich selber wehtut? Nicht auf Level 12. Ich will jetzt auch nicht ausprobieren, irgendwie Flammenwurf zu machen. Ich glaube, es killt trotzdem. Ich bin dreimal so stark. Ich wechsle rüber. Auf Parasack und mache Trugschlag. Aber selbst Trugschlag ist halt ein bisschen gefährlich. Was kannst du für Attacken bis jetzt? Es ist halt das höchste Level von denen. Kindwurm kann bis Silberblick, Glut und Raserei. Tut Raserei nicht selber weh nach dem fünften Mal oder so? Oder verwirrt Raserei? Genauigkeitsverlust. Nö, tut sich nicht selber weh. Aber es verliert Genauigkeit. Okay. Trugschlag. Parasack einfach schon auf Level 79. Da ist schon die Raserei. Nein, mein Sporenwirt. Oh, das war so unfassbar risky gerade. Oh mein Gott, ich habe meinen Sporenwirt vergessen. Okay, der Sporenwirt ist schlecht. Oh mein Gott, das hätte er gerade. Also Paralyse wäre geil gewesen. Aber vergiftet, es wäre... Es war gerade ein Drittel, dass es vielleicht vergiftet ist. Okay, und jetzt muss ich warten, bis es aufwacht. Heuchtigkeit wäre so viel besser für Parasack. Joa. Das ist, glaube ich, die versteckte Fähigkeit. Hilfe! Wir brauchen Papi, nicht Mami. Wenn keine Hilfe auftaucht, ich finde es immer so traurig, wie es dann so alleine da steht und die Kamera auch nicht wegschaltet, sondern einfach... Kamera bleibt knallhart auf diesen armen, kleinen Kindwurm. Zählst du die Brutalander, wenn welche kommen? Okay. Das können wir noch nicht zählen, oder? Weil das ist ja... der Ausgang. Eins. Ich glaube, es ist vollkommen egal, was ich mache. Wir können jetzt testen anhand von denen, die kommen, welche Attacke es vielleicht nicht umbringt. So, wahrscheinlich trifft beide. Ja, das hätte ich noch gemerkt, wenn ich dann die Auswahl habe. Das heißt, ich habe noch weniger AP-Auswahl. Danke für das Glück. Zwo. Machen wir mal Flammenwurf. Ich glaube, Flammenwurf killt auch. Es ist Level 9. Es kann jetzt halt auch einfach ein Level 12 Brutalander kommen. Wir müssen das so lange machen, bis ein Level 9 Brutalander kommt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so aus Reflex habe. Nämlich, als ich das gemacht habe bei Shaneras, oft habe ich aus Reflex ein Pokéball geworfen oder bin aus Reflex geflüchtet oder sowas. Aber es geht schnell, oder? Es geht schnell. Euer Parasack macht mir jetzt Angst. Wie soll ich jetzt quasi das Kindwurm wechseln? Das Risiko ist nämlich nicht klein, dass Sporen wird dann... Ich könnte es zuerst... Ja, ich muss es zuerst mit Pilzspore einschläfern. Dann kann es mich nicht angreifen. Dann mache ich Druck, Schlag, Wechsel. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es dann... Selbst wenn es aufwacht, kann es ja auch sowas wie Silberblick machen. Also, ich sollte... Ja, so sollte es auf jeden Fall gehen. Hallo, JP. Habe ich gedrückt? Nee, das war das vierte, glaube ich. Ich weiß nicht, wie gering es ist, dass Brutalander kommt. Ich glaube nicht, dass es ein Prozent ist. Schambolzen ist aber auch nicht schlimm, oder? Das ist nicht sowas wie Verwirrung. Ist keine Hilfe aufgetaucht? Du Arms. Das wäre ein Prozent. Ein Prozent ist das Kindwurm auftaucht. Es gibt eine... eine Formel, mit der man berechnen kann... Weil bei jedem Pokémon ist es anders. Es kann sein, dass es ein Prozent ist. Aber ich habe keinen Beweis dafür gesehen. Es steht nirgendwo. Marco hat mir mal die Formel geschickt, mit der man das ausrechnen kann. Aber ich habe keinen Bock, das auszurechnen. Komm schon. Ruf wenigstens etwas, Kindwurm. Schrei lauter. Papa muss dich hören. Papa, der jünger ist als du. Wir brauchen deinen Level 9, Papa. Aber selbst wenn Level 12, Papa kommt, Papa ist einfach... ...männestens genauso stark wie... ...genau so alt. Wenn das Level alter ist, dann ist es genauso alt. Mal sieben. Mal sieben. Leider. Ich bin mal... ...männestens. 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 Leidaaaaaar nicht. Also bei Serebi steht 1% für Brutalander, wenn man auf Route 3 schaut. Jetzt die Frage, ich glaube da eher, dass es sich, also weil 1% kann ja auch nicht stimmen, wenn man auf Route 3 schaut, weil du musst zuerst die 1% treffen. Ich glaube davon redet Serebi, dass man die 1% treffen muss für Kindwurm und dann sucht man nach Brutalander. Aber ich weiß nicht, wie es da steht. Man kann da SOS-Encounter einsehen. Okay, dann hat Serebi... Recht, dann sind es 1 zu 10.000... ...bei... ...dann sind es 100%, 1 zu 100, dass jetzt 1 kommt. Jetzt geht ja noch, wir haben ja gleich 100, wir haben schon 1 Zehntel von 100. Alola! Guter Lander. Additional SOS-Slot, Level 9 bis 12, 1%. Aber wenn wir jetzt auch noch ein Special Level brauchen, also Level 9, ist es ja sogar 0,3%. Weil es nochmal ein Drittel ist, Level 9 zu kriegen, oder? 99% Bagun. Ja, so wie es da steht, ist es echt 1%. So ist das. Ich freue mich. Kindwurm, das Zehnte. Hallo, der rote Jay. Johnny reicht auch, by the way. Oh, da steht der rote Jay. Ich nenne alle so, wie sie sich nennen. Ähm, dann... Ich glaube, ich werde nie ein seltenes Shiny finden, als das Shiny... Selteneres als das Shiny Level 1 Bruder Lander. 9. Ich muss echt schauen, dass ich das nie level, ne? Niemals darfst du es leveln. Okay, Elios meint. In meinem Namen steht Leo drin. Das ist nicht eine Schnelltaste für Zitterord. Das ist nicht eine Schnelltaste für Zitterord. Wenn der Stab vor Liebe ist, setzt es auch keine AP ein. Ich hoffe, da habe ich zwar eine längere Szene, die die Herzen zeigt, aber... Das ist noch was anderes als der Bruder Lander. Ich meine, es gibt noch Dragoran. Das habe ich auch noch. Wenn das jetzt hier gut läuft, dann mache ich vielleicht noch Dragoran. Ich kann auch zählen, wie viele es sind. Und anhand der Attacken, die ich noch übrig habe. Oder die ich eingesetzt habe. Irgendwann muss ich... Glut verbrennt doch, oder? Ich bin jetzt hier gut. 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 Ich muss mich tatsächlich ein bisserl konzentrieren, dass ich mich nicht verklicke. Umso traurig, wenn das Bruder landet, dann Level 12 ist, was kommt. Oder Level 10, noch schlimmer. Was sind sogar durch 4? 9, 10, 11, 12. 4 Level kann es haben. Ich habe SOS aber gerne nebenbei. Ich finde, SOS ist jetzt nicht unbedingt einfach, nebenbei zu machen, weil du die ganze Zeit aufpassen musst, dich nicht zu verklicken. Weil wenn ich Flucht mache, ist es vorbei. Wenn ich Andergriff mache, ist es vorbei. Wenn die AP, also nebenbei ist es jetzt nicht, man muss sich schon konzentrieren, finde ich. Ich darf Zauberschein nicht machen. Ich bin dran. Ich bin dran. Du hast bei einer Chain von Wommel von 194, hast du verkackt, warum hast du dich nicht konzentriert? Warum hast du... Achso, wegen Shiny hinten. Guck mal, Kunde wollte was von mir. Oh nein, wie kann er nur? Komm schon. Komm schon. Ich bin froh, wenn er überhaupt was ruft. Letzte Psychogenese. Ich sollte sowas wie Tackle dabei haben. Wo ist die Tackle TM? Geht einfach mal ne gute Call-Rate, ja. Trotzdem, tu das nicht immer. Hm... Ich glaub, Gloop kann ich verbrennen. Inhaltsalz? Ich bin froh. Das war's für ein paar Wals. So ist es für den Krebs. Warum? Das war's für heute. Es ist eine Call-Rate von 15, Kindwurm hat 9, dann gibt es 6 und 3. Also 4 Stufen gibt es bloß. Oh, mir zu Ruf was. Alter. Ich habe schon alle ausgerottet. 0 gibt es auch noch, ja ok. Wenn Shiny kommt, dann muss ich aber abbrechen. Dann muss ich sie erfangen und das geht nur wenn ich 1 kille. Ist echt eine Überlegung dann wert. Viele haben keine Call-Chance, wie zum Beispiel Hytera ruft auch nichts. Da habe ich auch den Fehler gemacht letztens. Da habe ich Hytera übrig gelassen und dann hat der Zitterstein auch gar keine Wirkung. Da kommt gar nichts. Come on. Come on. Warum hast du keine Freunde, Kindwurm? Warum hast du keine Freunde, Kindwurm? 21. Warum mache ich das jetzt, wenn gerade einer da steht? Ich bin so doof. Ich kann nicht mehr so oft angreifen. Aber es gibt ja nur noch Dragoran, was cool wäre, oder? Ansonsten sind die Einsteiger... Es gibt schon Low-Level-Einsteiger, aber dann gibt es nicht wirklich besondere. Ah, aber Glut kann doch verbrennen, es dauert nur. Pam Pam ruft immer nur Pandagro und nicht das Kleine. Das ist mies. Gibt es hier irgendwie sowas wie den Umhang, dass ich keine Statusveränderung haben kann? Jetzt ist das Siegel gebrochen und ich werde den ganzen Set verbrannt. Oh, du einsames Kindwurm. Du armes, einsames Kindwurm. Ich könnte Delegator nutzen bei Low-Level-Gegner-Dauern. Aber das ist eine Weile, bis sie den gebrochen haben. Stimmt. Aber dafür hast du dann die ganze Zeit diese Swap-Animation, die lange dauert. Nicht lange, aber es ist mehr. Ich glaube, wie Schambolzen jetzt mehr macht. Wahrscheinlich kann Knudelhoff aber Delegator lernen. Aber ich habe die TM nicht, glaube ich. Come on! Es ist so einfach. Es dauert. Ah, die Musik regt auf. Machen wir mal Musik an. Hört ihr das? Und es ist nicht super laut oder sowas, weil das habe ich letztens eben komplett verändert. Dieses Setup, dass wir jetzt Musik hören können. Passt. Okay. Nichts falsch gemacht. Kindle Wurm. Ich kann nur noch 17 Attacken machen. Dann muss ich Äther einsetzen. Vielleicht, wenn es nicht klappt, diese Runde, dann verlerne ich Zauberschein und lerne irgendeine sau viele AP-Attacke. Ah, vielleicht was anderes? Ich zitt auf. Wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit gerade, dass ein Shiny auftaucht? Baue ich hier Chains auf? Ist bei SOS Chaining? Also habe ich eine Chain von 25? Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. 26. Wie bald sollte ich Knuddel-Luft austauschen? Wenn ich eine bestimmte Attacke nicht mehr sehe vielleicht. Kein Glut, kein Silberblick, keine Raserei. Was war das vierte? Wenn die Attacke gar nicht mehr kommt, heißt es, die Attacke gibt es nicht mehr. Moment, das war 27. Ohne Pin 1 zu 315. Nach 30 Kills. Das habe ich ja gleich. Dann muss ja ein Shiny-Kindwurm kommen. Bei 1 zu 315. Jetzt erwarte ich eins. Ich frage mich noch, ob ich es kille. Weil ich will eigentlich nicht aufhören. Ich will nicht wieder einen Kindwurm suchen müssen. Wobei, so lange hat es auch nicht gedauert. Aber ich kann so ein Shiny eigentlich nicht wegschmeißen. Aber ich habe schon genug Shiny-Kindwurm. Ich habe allein 5 in Go, glaube ich, gerade rum vergammeln. Die da auch bleiben. Meine Verteidigung ist ziemlich unten gerade. Aber was ist eigentlich, wenn Silberblick eingesetzt wird? Ich setze es schon ein, ne? Weil da steht ja dann, hat keine Wirkung mehr. Aber die AP gehen schon runter. Die Attacke geht ja nicht daneben. Sie kann nur nicht mich schwächer machen. Die Chance, dass ein Brutalander kommt, ist um einiges höher, also dreimal höher, dass ein Kindwurm kommt. 30 30 30 30 31 31 32 32 32 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 läuft's. Komm, mehr, mehr, mehr. Soll ich langsam das Kind-Warm wechseln? Das nervige ist, du musst danach aufpassen, dass ich nicht die Attacke auf das andere mache. Mal sich dann die Saiten tauschen. So kann man gute IVs bekommen. Achso, ja, okay. Umso höher die Chain, desto höher die Wahrscheinlichkeit. So wie bei Gen-4-Chaining. Also sobald meine APs nicht weg sind, sollten doch die APs vom anderen auch nicht weg sein. Wobei, die Kind-Warm setzt öfter ein als ich. 32. Ich glaube, ich sollte langsam das Kind-Warm wechseln. Okay, wenn mein Flammenwerfer leer ist, dann wechsle ich das Kind-Warm. Oder mit der letzten Attacke von meinem Flammenwerfer wechsle ich das Kind-Warm. Ja, es war oft verliebt, ja, ja. Aber es sollte, wenn ich es wirklich mit Pilzspore sofort einschläfe, sollte es wirklich nicht. Wobei, ich werde auf Parasek wechseln. Okay, warte mal. Ich wechsle, ich kille mit Parasek. Wenn ich mit Parasek kille... Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass beide mich angreifen und beide kriegen Vergiftung. Dann ist End-Game-Over. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide Vergiftung kriegen, ist sehr gering, würde ich sagen. Weil die Chance besteht halt, dass wenn ich jetzt wechsle, dass er Biss macht und ich sofort, dass er vergiftet ist. Ah, wenn zwei da sind, kann ich zumindest die Chance auf Gift verteilen, auf zwei. Hast du AP-Auffüllung für dich? Ja. Nicht unendlich, aber ein paar. Das war 35. Das ist der Plan. Wenn Flammenwurf leer ist, Parasek wechseln mit Parasek. Das eine umbringen, das andere Pilzspore. Wobei, dann hat es auch eine Runde, um mich anzugreifen, weil ich eine Runde mit Pilzspore verschwende. Ah, wie man es macht. Ein Risiko besteht einfach, dass es vergiftet wird. Also wenn es vergiftet wird, dann hat das mit vollem Leben Vergiftung. Und ich kann so lange weitermachen, bis es ein neues ruft, das nicht vergiftet ist. Mir ist schon am besten. Bei Q-Rim hast du... Q-Rim? Achso, jetzt hat das aber nichts mit SOS zu tun. Bei Q-Rim hast du so richtig AP gezählt. Ja, das muss man auch machen, wenn du keinen Meisterball nehmen willst. Oder S1? Ich wusste nicht, dass S1 ist. Hä? Das war gerade unsichtbar. Q-Rim SOS eben. Deswegen mach ich was. Danke, Max, für das Glück. Ja, wir sind schon weit. 38. Über ein Drittel der Wahrscheinlichkeit. Ich habe wahrscheinlich Tanatora gefunden. In einem Wurmloch wahrscheinlich. Oh, noch zwei Flammenwurf. Ich suche Brutalanda. Ich suche ein Level 9 Brutalanda. Ich kann auch jetzt schon Elixier einsetzen. Wobei... Was wird ein Sonntag gestreamt? Verrate ich nicht. Ich will das nicht verraten, weil wenn es doch nicht stattfindet... Dann... Ja. 40. Das ist mein letzter Flammenwurf. Okay, das ist jetzt die Taktik. Ne, also, ja, genau. Letzter Flammenwurf. Und wenn jetzt das nächste gerufen wird... Parasek. Pilzspore. Killen. Ja, weil selbst wenn, dass das nicht schläft... Vergiftung kriegt, ist es ja okay, weil es muss ja eh sterben. Das ist perfekt, die. Das ist nicht perfekt. Das kann immer noch sein, dass es schief läuft. Aber selbst wenn es schief läuft, kann ich es ausbessern. Das ist großartig. Die Taktik ist großartig. Nichts mit hier. Erreiche Ernte. Das kriegen wir so hin. Ich bleibe immer bei diesem Kindwurm hier. Jetzt Verzweifler? Nein, 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 nein. Wir haben noch. Bis jetzt setzt es immer noch jeder Attacke ein, die ganze Zeit. Wild Pokémon that have a non-violatile status condition or are in the semi-invulnerable turn of a move, such as Dick, will not attempt to call for allies. So, jetzt ruft natürlich der Handwerker an. Ich bin gleich wieder da. Es sind 10 Minuten da. Wir haben noch eine Chance, Brutalander in der Zeit zu finden. So, das war Nummer 41. So, pass auf. Taktik. Wir wechseln jetzt auf Parasek. Wenn jetzt beide vergiftet werden, trotzdem nicht schlimm. Aber wenn jetzt beide vergiftet werden, weil sie mich beide angreifen mit Biss oder sowas, richtig dumm. Glut, kein Problem. Glut, kein Problem. Easy. Wir sind safe. Noch nicht ganz safe. Jetzt mache ich Pilzspore auf das Neue, damit das nicht vergiftet werden kann. Aber Dave, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst, dass wenn eins gerade beschäftigt ist, kann es keine Hilfe rufen. Ja. Aber das hier, das Neue, kann Hilfe rufen. Ich habe das mit Charnera schon ganz oft gemacht beim Leveln. Jetzt Kill ich Nee, jetzt mache ich zuerst Trugsch... Nee. Ich kill... Ah, ja. Ich muss hoffen, dass es einfach jetzt weiterschläft. Beziehungsweise Passt schon. Ja, ich kill... Okay, es ist egal, wie rum ich es mache. Ich gehe gerade durch, was passieren könnte. Ich mache das ja nur für Trugschlag. Das heißt, ich mache jetzt Trugschlag auf das starke Kindwurm. Hoffe, dass es noch schläft. Wechsel zu... Äh... Wechsel zu Knuddeluff. Jetzt schlafen oder keine Attacke machen. Schläft tief und fest. Okay. Jetzt kann ich das Parasek wegtun. Das Risiko ist weg. Ich gehe auf Knuddeluff. Knuddeluff kriegt jetzt Äther. Und ich kill das rechte. Und wir haben wieder volle AP. Minus ein Glut. Mache ich gleich... Was mache ich? Ist das hier? Nee, hier. Äther. Top Äther. Elixier. Füllt alle AP, alle Attacken eines Poker nur 10 Punkte auf. Und Top Äther füllt alle AP eine Attacke, oder? Füllt die AP eine ausgewählten Attacke. Ja, Elixier. Zum Glück. Wobei, ich habe Attacken, die ein bisschen mehr als 10 haben. Aber okay. Elixier. Hallo zur Rumi. Abends um 7. Ist doch großartig. Ist doch großartig, dass ein Handwerker abends vorbeikommt. Ach, voll geil. Wenn ich Handwerker wäre, ich würde auch ausschlafen und alle Leute abends besuchen. Damit sie nämlich nicht zu Hause bleiben müssen, wegen der Arbeit oder sowas. So, und jetzt kill ich das rechte. Wenn ich jetzt das linke kille, wäre so geil. Ich kille jetzt das rechte und ich habe wieder ein Kind wohl mit vollem AP. Easy. Das wäre noch einfacher, wenn Parasek keine, äh, kein Spornwirt hätte. Deiske, du bist dein Enteron. Und es ruft um Hilfe. Also passt. Der Pokémon-Flüsterer, wenn dann. Hey, Phunex. Du bist ein Knofenser. Ähm... Es kann nichts rufen, wenn es einen Status-Effekt hat. Ach, auch bei Paralyse. Non-Volatile-Status-Condition. Das heißt, wenn es jetzt gerade Paralyse gekriegt hätte, wäre es auch richtig schlecht gewesen. Aber selbst wenn es passiert, kann ich dann immer noch warten. Ach so, dann kann es kein neues rufen. Ah ja, krass. Ersporen wird es echt schlecht dann. Deswegen war das ja... Ja, es war risky. Es hätte... Das eine hätte Vergiftung kriegen können, das andere Paralyse. Nur Schlaf ist okay. Full-Time-B! Du bist ein Hippoprotas. Hippoterus. Hippo irgendwas. Also doch noch ein Verbiegel. Aber es klappt doch. Man sieht doch, wie es funktioniert. Also man muss schon super unlucky sein, dass es erstens eine Attacke macht, die dich berührt. Was hier nur Biss wäre. Zweitens Sporen wird überhaupt wirkt. Und drittens, der Status-Effekt kommt, der nicht Schlaf ist. Also da sind so viele Faktoren, die es super unwahrscheinlich machen. Aber natürlich kann es passieren. So. 44. Ich war noch niemals in Alola. Ich war noch niemals in Kalos. Ich war noch nie in Kanto. Aber in Joto schon. Jetzt ist das auch gescharmt. Flammkörper wäre schlimmer. Schlammkörper wäre ganz schlimm. Habe ich das schon gezählt, die 44? Ah, 45. Ich weiß nicht. Passt schon. Es gibt kein Mario Kart. Dave ist wieder da. Das ist ja gutes Timing gewesen. Moment, die erste ist richtig warm. Aber ich kann nicht mehr so lang. Rosa hat gerade gesagt, sie hat Hunger. Und ihr wisst genau, was heute für ein Tag ist. Jetzt könnt ihr es fragen. Die Frage. Hallo Jenny. Butter chicken? Nein. Doch. Doch, doch, doch. Butter chicken? Was ist dein Lieblings Pokémon? Doch, was willst du denn jetzt? Bestimmt ein Koop-Stream? Wieso glaubst du das, Koop? Ich mag doch keine Menschen. Ich stream doch nicht mit Menschen. Wow. Danke, Mariko, für 100 Bits. Leos Tier 100 Leo Salofee, Leo Salofee. Oh. Bei 50 kommt's. Warum habe ich das geklickt? Für eins zu viel. Danke für 100... 100... ...Hausend Euro. Achso, wir wollten ja diese Musik nicht mehr. Jetzt kann man jetzt einen Stunden-Stream Pokémon Sleep. Ne, wenn dann 24 Stunden Stream. Ich gebe all das Geld aus, das nur geht in Pokémon TCG Pocket. Ich nehme ein Darlehen auf, um jede Karte in Pokémon TCG Pocket zu bekommen. Ja, du sagst, es ist etwas, was es hier normalerweise nicht so gibt. Ja. Die Auswahl ist groß. Wir spielen Valorant. Ich sag's morgen auf Discord. Wenn es stattfindet. Morgen gehe ich The Substance anschauen im Kino. Alleine. Aber Rosa geht sich zur selben Zeit einen anderen Film anschauen im gleichen Kino. Also wir gehen zusammen ins Kino. Aber so wie bei Modern Family gehen wir in unterschiedliche Filme. So macht man das. Irgendwas muss jetzt passieren, weil ich muss jetzt langsam Essen machen. Also entweder kommt jetzt das Brutalanda auf Level 9 in männlich. Oder ein Shiny-Kind-Wurm. Also hängt es von mindestens einer anderen Person als Leo ab? Ah, okay. Da hat jemand Sherlock Holmes studiert. Ich verstehe. Ich zeige euch mein Butter Chicken Rezept. Exakt meins. Das ich geschrieben habe auf chefkoch.de. 49. Ich zitter ab. Boulevard. Boulevard. Cherry-Kind-Wurm. Komm doch her bei Bruta. Landa, es kommt nicht dabei. Warum denn nicht sofort? Nein, der Tipp war, den ich gegeben hatte, war, dass es etwas ist, was ich in der Fall war, sonst hier nicht mache und, also immer noch Pokémon, aber nicht mache und sehr oft sage, dass es mir keinen Spaß macht. Deswegen habe ich gesagt, es wird etwas sein, was ihr nicht erwartet, weil ich immer sage, dass ich es nicht gern mache. Aber ich muss ja auch mal Sachen machen, die ich nicht mag, um weiterzukommen. Keine Ahnung. PvP? 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 Das ist nicht PvP. Au. 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 War das jetzt gerade 50 eigentlich? Nee. Shiny, Kaumalat und Dratini. Was ist mit denen? Pokémon Lore Videos gucken. Auch gut. Ich habe vergessen, dass ich heute eigentlich noch die Ash-Kwajutsu-Demo spielen wollte. Weil das muss ich ja auch noch holen. Achso, Kaumalat und Dratini holen in Black and White. Das stimmt. Irgendwann mache ich das. Shiny Darkrai hunden. Ich habe das. Ich brauche das nicht. Shiny Race. Das hatten wir erst letztes Wochenende. Fixed Duell-Turm bzw. VGC? Nein. Shiny Origin, genau. Wir fangen am Sonntag und beenden ihn, den Shiny Origin Decks. Genau. Hat Senpai mich nicht wahrgenommen? Ich habe doch Hallo gesagt. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Du hast Hallo geschrieben und ich habe gesagt Hallo Jenny. In dem Moment, wo du geschrieben hast, hallo Schnittchen, habe ich gesagt Hallo Jenny. Sortier-Stream. Das habe ich schon oft gemacht. 51. 51. Es ist wichtiger als Leo zuhören. Das stimmt. Living Decks in jedem Main Game starten. Genau. Ich spiele jedes Spiel für kurz eine halbe Stunde. Also ich bin überrascht, dass es noch keiner von euch erraten hat. Kann man am Sonntag seine Kanalpunkte verwetten? Könnte man sich was überlegen, ja? Shiny Origin Decks in der Team Edition. Jeder Zuschauer ist für einen Shiny zuständig und schickt es dann Leo. Leo mag es normalerweise nicht, wenn er Shinies bekommt. Vor allem jeder von euch muss ein neues Spiel starten und seine OT Leo nehmen. Jeder muss sich Leo nennen. No Capstream. Das wird niemals auf dieser Welt passieren. Ich bin ein großer Fan von Sag niemals nie, aber das wird niemals passieren. Channel Jiraji Shiny Hunt. Warum sollte das nie passieren? Enriete, du bist ein Rosalina. Ne, Roselia. Hallo Sophie. Ja, das war Mariko. Popo. Popo Go. Pokémon Go Stream Omega. Genau. Omega Lul. Habe ich hier kein Omega Lul? Ich habe hier safe ein Omega Lul. Vielleicht muss man Omega großschreiben. Kann ich nicht irgendwie... Warte mal, aber ich kann einfach den 3DS zuklappen, oder? Kann ich nicht einfach den 3DS zuklappen und morgen hier weitermachen und dann muss ich den Kampf nicht verlassen? Ich meine, ich speichere nicht. Die Stromquelle ist da. Oder? Okay, dann klappe ich jetzt gleich zu. Wir machen noch bis 55. Das ist 53. Und dann kommt morgen bei 56 das Brutalander. Ist nur Stromverschwendung. Ja, aber wenig. Weil der macht ja eher so... Ich glaube so in... Ich weiß nicht, es ist mir schon öfter passiert, dass ich ihn zugeklappt habe, aber noch an war. Nicht mal das Spiegellaufen, aber war noch an. Und dann geht er schon relativ schnell leer. Aber ich glaube so 6 Stunden bleibt er trotzdem noch spielbar. Also der Akku geht schon leer, aber nicht super schnell, oder? Also es ist vertretbare Stromverschwendung. Morgen Stream. Oh Gott, dann muss ich dann bis Sonntag... Ne, das geht gar nicht. Muss ich dann bis Montag... Den DS zugeklappt lassen und Strom... Oh... Vielleicht suchen wir doch einfach nochmal einen 1% Kindwurm. Es kann ja nicht so schwer sein. Es ist auch nicht so schwer. Wir sind schon mal 55. Okay, 56. Zu schnell. Habt ihr mal 2 Tage zugeklappt, angelassen? Hätte locker noch 4 Tage weiterlaufen lassen können. Mit Spiel am Laufen... War es ein 3DS oder ein... Also war es ein XL 3DS? Weil meiner war so schnell leer, als ich den zugeklappt hab. Ne, New 3DS... New 3DS, der kleine. Okay, krass. Also... Ich glaube, wenn ich den jetzt zuklappe, ist er in 6 Stunden leer. Ohne Strom. Der hält zu ein paar Tage. Mit Spiel aber am Laufen. Ich meine, Menü okay, aber mit einem Spiel, was im Hintergrund läuft. Also noch anders oder sich gemerkt wird. Okay. Ich glaube, ich hab vorhin einmal zu viel gedrückt. Wir sagen, dass das jetzt 55 ist. Ich überleg mir noch, ob ich den anlasse oder nicht. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall den 3DS zuklappen. Und ich muss jetzt aufhören, denn ich muss noch kochen. Und vielleicht ist heute Nacht ein Quiz, bei dem ich mitmache. Deswegen muss ich jetzt langsam für Essen sorgen. Aber wir haben heute... Haben wir heute viel geschafft? Oder ist noch ein Kindwurm jetzt? Der ist aber 56. Wir haben heute Pikachu... Keppikachu, Magiana, Surfer-Pikachu geholt. Alle Z-Kristalle geholt. Und Kindwurm angefangen. Mehr haben wir nicht gemacht. Aber das Surfen hat auch ein bisschen gedauert. Okay. Dann beim Quiz wieder Mittelfeld. Wie immer live. Nee, ich glaube nicht. WLAN aus, Energiesparmodus. Das Ding hat aber gar keinen WLAN-Schalter. 3DS New XL hat keinen WLAN-Schalter. Aber ja, ich sollte das Spiel zumindest so ins Home-Menü machen. So. Und jetzt zuklappen, oder? Das ist wahrscheinlich noch besser. Aber jetzt... Ist natürlich das Internet aktiviert, weil mein Home-Menü ist. Aber ich kann nicht das WLAN ausmachen. Also dafür müsst ihr in die Einstellungen... Die ja nicht aufgehen, wenn man im Spiel ist. Was wird gekocht? Also bitte. Diese Frage. Klapp. Klapp. Okay. Mal gucken, ob ich am Montag immer noch hier bin. Oder ob irgendwas passiert ist. Ah, es passiert irgendwas, weil ich nachts immer den kompletten Strom hier ausmache. Ich überlege es mir noch, ob ich den so laufen lasse, oder ob ich einfach Kindwurm besiege. Meine Lieben, das war es für heute. Dankeschön fürs Dasein. Wollen wir kurz einen Lucky Lucky haben, ob es jemanden gibt? Was ist das denn für ein Mewtwo? Gegen was für einen Mewtwo kämpft der denn? Mach einfach einen Test und lass ihn ohne Stromversorgung bis Montag an. Und die Chain geht sowieso kaputt dann. Weil ich könnte ja speichern. Leo erzählt was von Z-Kristallen und Alexa aktiviert sich und erzählt mir, dass Christiane Felscherinov in keiner Beziehung ist. Hey. Gern geschehen. Gern geschehen. Hat dann Spaß das Elixier. Eben, ich, ja, ich sollte neu starten. So, wir gehen zum Razer. Auch der macht einen Sabathon, diese verrückten Sabatonen. Was ist er denn? Was ist der denn? Und wir sehen uns am Montag, beziehungsweise eventuell am Sonntag wieder mit einem Special Stream. Was das wird, sage ich euch morgen auf Discord. Oder ihr seht es am Sonntagabend hier. tschü rülü, schönes Wochenende bye bye